Okay, so, das sieht doch ganz gut aus. Ja, perfekt, sehr, sehr gut. Ich habe heute einen Fan mitgebracht. Hey, sehr schön. Das ist bestimmt der Pastor. Ne, habe ich recht? Jawoll, schön. Hi, Basti, das heißt, dann geht's dir, oder? Ja, gut, ja. Oh, der ist einer von unseren Abonnenten. Hi, moin. Moin. Schön, dass du gekommen bist. Sehr schön, cool. Absolut, cool. Ach, du wolltest auch noch nicht, um den, das hast du ja letztes Mal gesagt. Warte, der macht einmal den Live-Stream an, dann machst du mir kurz gleich eine Prognose zum Spielen. Wenn du Lust hast, auf meinen Kanal. Ja, gerne. Perfekt, sehr schön. Also, das Livestream läuft. Perfekt. Marcel, moin, Glück auf. Leo, Speeder, Glück auf. Eric, moin, moin. Moin ihr beiden, sagt Ali Bombasi, moin. Lena, moin, Fabio, moin, Sasa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen hier live aus dem Brauhaus Sutum. Live aus Gelsenkirchen. Ey, cool, dass ihr mit dabei seid. Sehr, sehr geil. Ich glaube, ich bin noch nicht so richtig im Bild. So, so haben wir das. Perfekt. Ich sage auch mal, Glück auf zusammen. Der Schalker ist heute auch mit dabei. Bei Kesti. Schön, dass ihr alle dabei seid. Erstmal ciao, ciao an alle. Genau, ciao, ciao. Sehr cool, sehr, sehr cool. Guck mal, dass schon viele reingekommen sind. Sehr, sehr geil. Freut mich. Hammer. Sehr schön. Okay, Leute. Also, ihr habt es gesehen. Die Aufstellung ist schon draußen. Wir haben es uns gerade auch schon angeschaut. Und ja, dann fange ich vielleicht einfach mal an. Und zwar, also die Vermutung liegt jetzt nahe, dass wir wieder mit Fünferkette spielen, ne? Also erstmal, wir gehen sie mal einmal durch die Namen. Fährmann, Aurejan, Palson, Terodde, Salazar, Bülter, Flick, Drechsler, Ransdl, Ciao und Kaminski. Also für mich riecht das nach Fünferkette, oder Jungs? Ja, 3, 5, 2. 100 Prozent. Mit drei Hinterteidigern. Wahrscheinlich, ne? Das, was ich sage, die 3, 5, 2. 3, 5, 2, was ich nicht mag. Kommt gleich. Die reingekte Hinterteidigung. Kommt noch nicht. Ja. Leon schreibt gerade, Nassasic ist offiziell weg. Okay, danke für die Info, Leon. Habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Mai, ihr alle. Moin, Schalker Botschaft. Cool, dass du auch mit dabei bist. Sehr geil. Und, äh, Moin ihr zwei, Glück auf. Moin, Stefan. Sehr geil. Oder Doppel-Sechs mit Flo und Palson. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher Fünferkette, ne? Oha, oha. Ich bin mal wirklich gespannt, was es gibt. Also, ich bin so erstmal, äh, naja, nicht unbedingt glücklich über die Aufstellung. Sagen wir es, wie es ist, ne? Ich hätte die Fünferkette viel lieber gesehen. Ich finde, gegen Aue, wir haben in der ersten Halbzeit, hatten wir das dominanteste Spiel nach, äh, nach hintenrum in der gesamten Saison. Also, ähm, dementsprechend. Aber gut. Äh, Dimi hatte auf jeden Fall seinen eigenen Plan. Jo. Denken wir dann 2-1 für den Jahn? Sind momentan echt gut drauf. Ja, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Mein Tipp ist heute auf jeden Fall 1-0. Schreibt eure Tipps mal gerade rein und, äh, dann, äh, frage ich gleich auch nochmal Francesco, was er denkt. Tag zusammen, auf geht's zum Sieg. Schalke und der FCN, liebe Grüße, cool, dass du auch mit dabei bist. Sehr geil. So, mein Tipp 1-3 sagt Stefan. Okay, 4-2, S04, Fabio sagt 1-1. Nassasic nach Florenz. Jo, genau, nach Florenz. Dort soll er gestern schon zum Medizin-Check gewesen sein. Offensichtlich ist es heute offiziell. Ich hab's jetzt gerade auch gehört. Ähm, jo. Sehr gut. Ich werd's mir gleich nochmal anschauen. 1-0, bist du bescheuert, Kesti, dann verlieren wir. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Nach einem 1-0 sind wir bislang immer eingebrochen, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, ich glaub an die Mannschaft. Ich glaube, die kann auch mal ein 1-0 halten. Äh, das muss ja irgendwann auch mal ein Ende haben, diese, diese, ja, ich sag mal, dieser Reflex der Mannschaft. Ja, jetzt bin ich auch wieder da. Ja, sehr schön. Moin. Sag mal deinen Tipp, Francesco, fürs, äh, fürs Spiel. Eigentlich geb ich gar keine Prognose, weil meine Prognosen sind immer für den Arsch, bin ich dir ehrlich. Jedes Mal, wenn ich was sag. Aber okay, wir spielen heute mit einer 3-5-2-Taktik, was mir nicht wieder passt, aber okay. Und Ranftel spielt von Anfang an über rechts. Flick wieder in der Innenverteidigung, wo ich wieder Kopfschmerzen kriege. Nichts gegen Flick, aber Flick ist für mich kein Innenverteidiger. Aber okay, ich hoffe, dass wir aggressiv spielen, pressen, auf das 1-0 gehen. Und bitte, wenn wir das 1-0 gehen, und dann müssen wir auch direkt auf das 2-0 gehen, dann können wir das Spiel heute gewinnen. Aber wenn wir 1-0 führen gehen und uns wieder hinten reinstellen, dann sehe ich wieder kommen, dass wir die einladen zum Tor. Aber hab heute ein gutes Gefühl, dass wir heute die drei Punkte holen. So sieht's aus. Ja, wir werden gewinnen, gehe ich auch von aus. Schönen Gruß an meinen Lieblings-Italiener. Ciao, sagt Stefan. Dankeschön. Ich sag mal, Prost an euch alle, ne? Jo. Übrigens, Stefan Hellberg ist mein alter Trainer. Dein alter Trainer? Ja, der hat mich in einer, ich glaube in einer Mini-Kicker war es, hat er mich trainiert. Stefan, wie war der als Spieler? Lauf faul oder? Weil er läuft ja gerne. Damals auf jeden Fall faul. Wie alt warst du denn da? 5, 6? Da war ich ja. 4, 5, 6, irgendwie so. Okay, lange hast du gespielt? Mit 4 bin ich schon angefangen. Ne, ich hab nur bis zur D-Jugend gespielt. Bis zur D-Jugend? D-Jugend, ja. Was für eine Position? Stürmer. Aber nur, weil ich da nicht viel kaputt machen konnte. Ist wirklich so, ist wirklich so. Also mein fußballerisches Talent ist echt... Achso, Tobi, du machst wenigstens? Ey, ich musste immer viel zu viel nachdenken vorm Tor. Ah, okay. Da darfst du nicht. Kannst du dir vorstellen, oder? Als Stürmer, man sagt, ich bin ja auch kein Stürmer gewesen, aber die Stürmer sagen immer, du darfst vorm Tor nicht nachdenken. Einfach rein damit. Ist so, ist so. So, Kessi, dass du aber alkoholfrei war? Ja, sicher, sicher. Herr Itzek, welche Aufstellung würden Sie spielen? Oha, oha. Ne, ich würde mit einer Viererkette würde ich auf jeden Fall spielen. Definitiv. Da war nicht alles so schlecht. Ne. War gut, ne? War besser als die Fünferkette, spielerisch. Ja, die erste Halbzeit fand ich dürfte. Weil eigentlich, wie der Kessi vorhin gesagt hat, bestes Spiel in der Saison in der ersten Halbzeit ging. Aber wir können ja auch sagen, der Gramozis versucht auch mal eine andere Variation. Vielleicht kann ja sein, dass wir heute bei der 3-5-2-Taktik vielleicht mitten im Spiel das ändern. Nach dem Ergebnis. Warten wir mal ab. Lassen wir uns mal wieder. Lass uns erst mal überraschen wieder. Ja. Sind die beiden Neuen auf der Bank? Etacoba habe ich gesehen, ist auf der Bank. Und Schulinov, oder was? Schulinov war ich. Das auch. Den Itakura nenne ich Itaka. Itakura, ja. Das ist der ganze Name. Warte, ich gucke gerade mal nach. Langer, Aydin, Becker, Chulinov, Hoppe, Itakura, Mikhailov, Piringer und Wautas. Hoppe nicht? Also Qualität dieses Spiels. Doch, Hoppe auch. Hoppe auch. Ja, ja, Hoppe auch. Die Qualität auch der Bank ist wirklich gut, finde ich. Ja. Das stimmt. Meine Neuen. Ja. Er ist viel besser geworden, nachdem die Neuzugänge jetzt mit dabei sind. Der im Hintergrund redet, ist auch ein Abonnent, Paschi. Der ist heute dazugekommen, wusste, dass wir hier, er wohnt auch hier in der Nähe. Ey, klasse, Junge, spielt selber Fußball. Nur leider hat er mit den Knie Probleme. Dann wünschen wir ihm mal alle gute Besserungen, dass er sofort fit wird. Ja. Ja. Perfekt. Ich glaube, du bist noch nicht ganz so gut zu hören. Also wenn du gleich mal. Sonst hast du Lust, mal gerade deine Einschätzung zum Spiel abzugeben? Du willst hier rein? Guck mal. Setz dich mal hin. Ich geh mal rein. Setz dich mal hin. Ja, okay. Mach mal so. Jo, Paschi. Sehr cool. Glück auf. Genau, Glück auf. Paschi, was glaubst du, was wird da heute bei rumkommen bei dem Spiel? Was ist dein Tipp erstmal? Also mein Tipp war ein 2-1. 2-1. Regensburg wird auf jeden Fall ein Tor schießen. So wie die aktuellen Spielen. Okay. Aber mein Gefühl sagt diesmal, Schalke macht das gute Spiel heute. Ja. Ja. Okay, also 2-1 Sieg auf jeden Fall. 2-1 Sieg. Wer macht die Tore? Hoffentlich Terodde. Das ist ja dieses Jahr, die er seine 20 Hütten machen am besten. Ja, vielleicht mal Überraschung. Ein Wechselspieler Hoppe oder so. Ja, auch schön. Ja, das wäre geil. Hoppe, das würde ich auch richtig fühlen, wenn der heute ein Tor machen würde. Den würde ich heute auf jeden Fall drin sehen. Ja. Meine Meinung, persönlich. Ja. Sag mal was zu Flick. Wie gefällt dir der? Ja, in der Innenverteidigung, der wirkt mir nicht so sicher. Wenn er einen Ball hat in der Innenverteidigung, dann bin ich mal so, ach. Er war ihm bis jetzt nicht so sicher, würde ich sagen. Das ist eher ein klassischer Sechser in meinen Augen. Ich sag mal so, in der Vorbereitung war er ja nicht schlecht in der Innenverteidigung. Aber jetzt in den Meisterschaftspielen zu überfordert, würde ich sagen. Okay, okay. Sehr schön. Okay, so. Ich gucke mal gerade. Manuel Baum ist gerade bei Sky. Oha, oha. Ja, mal gucken. Hoppe aber nicht erst in der 80. Einwechslung. Wie bist du so mit der, ähm, so mit den Einwechslungen, Auswechslungen mit Gramotzes? So, was, oder was macht Gramotzes generell für dich für einen Eindruck? Also ich weiß nicht, Gramotzes mit der Einwechslung bis jetzt, also das letzte Spiel ging auch, den Salazar, den hätte ich nicht rausgepackt. Da hätte man lieber den Drechsel ausgewechseln sollen, der war ja schon Geld bewahnt. Oder war auch schon ziemlich kaputt, der ist schon so viel gerannt. Also hätte ich den Salazar nicht ausgewechselt, in meinen Augen. Okay, okay. Vielleicht hätte man den auswechseln sollen, wenn wir schon sicher in Führung wären. Hast du gesehen, wie der reagiert hat auf der PK? Der ist ja nochmal darauf angesprochen worden, der Gramotzes. Ja, genau. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Ja, ja. Ja, der hatte, äh, weiß ich nicht, der hat selber auch nicht so wirklich eingesehen, ne? Das, also in meinen Augen hätte er den Drechsel auswechseln sollen. War wahrscheinlich auch sein Fehler, weil er auch eingesehen hat, wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay. Sehr, sehr geil. Okay, was tippst du heute, fragt Smolik. Ich sag 1-0 Smolik. Wie gesagt, ich weiß, das ist ein riskanter Tipp, weil Schalke normalerweise bei einem 1-0 danach einbricht, aber ich glaube, ich glaube, dass Schalke das heute machen wird. Genau. Das wäre übrigens die erste Niederlage für Regensburg heute. Wenn Schalke, kann ja die erste Niederlage für Regensburg heute. Ist doch besorgen. Ja, stimmt. Richtig. Genau. Also auf jeden Fall Überraschungsmannschaft ist jetzt in meinen Augen. Regensburg. Ja, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die jetzt erster Platz wären mit drei Spielen. Ja. Ich glaube, die haben ihre Mannschaft damit komplett behalten vom letzten Jahr. Und die waren ja letztes Jahr genau im Aktivkampf. Da waren die so knapp. Ja, stimmt. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Wahnsinn. Wahnsinn. Schön die Seiten verlagern und durchkombinieren. Hallo, VfB Stuttgart 1893, Mahlzeit. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das heute ausgeht. Bei Regensburg, ich meine letztendlich, wenn die jetzt die letzte Spiele alle gewonnen haben. So etwas kann einem ja extrem Vertrauen auch geben. Selbstvertrauen. Ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Also es gibt noch mal mehr Motivation, wenn die jetzt gegen Stahl gespielt werden. In so einer Mannschaft, die Favoriten sind. Stimmt. Da wollen die auch noch mal richtig Gas geben. Stimmt. Richtig. Genau. Stimmt. Nee, der hat Aydin gespielt. Aydin hat ja letztes Spiel in Auge gespielt. Ja. Und gegen Kiel war da auch, glaube ich, nicht dabei. Ja. Ja. Deswegen mal gucken. Ja, bin ich auch gespannt heute. Aber ich glaube, der kann auch einfach mehr. Ja, ja. Ich frage mich nicht warum, aber... Wahrscheinlich braucht er noch mal ein bisschen Zeit. Aber ich gehe mal davon aus, in den nächsten paar Spielen, da wird er auf jeden Fall seine Leistung sein. Ich glaube, der ist einfach zu sehr gehypt worden vor der Saison. Leider. Oder? Ja, der Schröder, der erzählt auch mal so gute Sachen. Ja. Ja, der Ack hat da die rechte Seite. Macht er ja. Aber vielleicht... Ja. Aber nicht nur Schröder, auch die Fans. Auch die Fans. Ja, die Fans. Ja, die Fans. Ja, diese Dreck dieser Euphorie. Ja, ja, genau. Bei Schalke. Echt, echt. Ey, er kommt ein richtig feiner Kerl. Der kann richtig gut kicken. Naja. Aber Uwe Jan war ein bisschen zu viel. Der Hype war gut. Uwe Jan, die Freistöße, Eggmann, die war ein Top bis jetzt. Ja, der hat es auch durch. Der hat es dann auch umsetzen können. Das stimmt. Hätte auch sein erstes Tor schießen sollen schon. Ja. Ja, der war schon so oft da vorne vom Tor. Ja. Vielleicht nicht abschlussstark, aber... Ja. Der lohnt sich auf jeden Fall, in meinen Augen, auf jeden Fall noch mit dem Tor. Auf welchem Programm zeige ich von Sky? Sky 3, Sky 3, Sky 3, Sky 1. Musst du mal durchschauen. Musst du durchschauen. Musst du durchschauen. Schaue ich dir zufällig, auf welchem Sender das kommt. Da ist es doch. Da ist es. Sky Sport 6 ist das, ne? Oder 5? Ja. Da ist es. 5. Nein, sind wir ja richtig, Mann. Perfekt. Ich frage mich, warum Flick jetzt wieder IV spielt. Es ist nicht seine Position. Wann geht das mal in Demis Schädel rein? Ey, ganz ehrlich... Boah, vielleicht. Ja, müssen wir heute ruhig sagen, und er zeigt ein gutes Spiel, ne? Ich wollte gerade sagen. Also, ich habe Flick immer noch nicht aufgegeben. Auch nicht für die Innenverteidigung. Vielleicht ist das... Damit... Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Man sieht mich ja. Ich bin dafür, dass Flick kein Innenverteidiger spielen soll. Man sagt ja, in der Vorbereitung hat er gute Spiele gemacht. Aber das war ja nur Vorbereitungsspiele. Und du weißt, in der Vorbereitungsspiele, du spielst selbst Fußball, gehst du nicht so zur Sache, wie du eigentlich gehen sollst. Zum Beispiel jetzt die Stürmer, die geben nicht alles. Und du hast jetzt in den letzten Spielen, in der Meisterschaft gesehen, wie viele Fehler der manchmal hinten gemacht hat. Stellungsfehler auch. Aber ich mache ihm auch keinen Vorwurf. Er gehört nicht in der Innenverteidigung, er gehört ins Mittelfeld. Und da steigt er auch keinen Weiß. Da hat er mit meinen Augen, jetzt in der ersten Liga letztes Jahr, war ja gut. Ich fand ihn klasse, in der Mittelfeld klasse. Aber jetzt hast du den Palzen. Deswegen würde ich den auf die Bank lassen, den Flick. Aber dann würde ich in der Innenverteidigung jemand anderes tun, der sicherer ist, der hat schon öfters gespielt, der Innenverteidiger ist. Und wir haben ja auf der Bank jetzt Innenverteidigung mit dem Itakar. Itakura, nicht Itakar. So, aber den lässt er nicht von Anfang an spielen. Oder du kannst auch den Bautor spielen lassen. Ist meine Meinung. Das ist, aber okay, der Trainer entscheidet, der Gramozis, müssen wir die Daumen drücken, dass alles, alles gut geht. Ja, ja, ja. Setz dich ruhig mal. Pass auf, ich gucke mich mal in den Fernseher. Ja, wir gucken jetzt da drauf. Ja. Weil der Fernseher funktioniert leider nicht. Ja, nur dass wir den vielleicht noch ein bisschen rüberholen in die Mitte. Ich weiß nicht, den müssen wir... Ich spreche mit ihm. Wenn der Kabel noch lang genug ist, vielleicht die Tische vorschieben und dann... So. So. Erzähl doch mal ein bisschen, warum wir hier sind. Ach so. Wollt ihr gerne wissen, wie wir hier hingekommen sind zum Livestream in der Kneipe von Brauchers Turm? Ja, wir hatten schon mal öfters, habe ich ja mit dem Carsten geredet über die Verhältnisse in der Gastronomie, Kneipen und so alles und da kam uns mal die Idee, wie wäre es mal Livestream aus deiner Kneipe, damit wir auch mal ein bisschen die Gastronomie oder die Kneipen auch mal unterstützen. So was versuchen wir, dass wir die Gäste auch hier hinlocken. Jetzt gibt es wieder diese 3G-Regel. Hat uns auch wieder ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ist egal. Wir versuchen das Beste draus zu machen und so einen Ansporn an die Leute, kommt hier hin, unterstützt die Kneipen, das macht wirklich Sinn, weil die sind immer die ärmsten Leute für mich, die damit am meisten leiden. Es gibt auch andere, die leiden, aber die Kneipenbesitzer oder Restaurantbesitzer, die leiden am meisten drüber. Und da kam uns der Vorschlag mit dem Carsten, ob wir hier mal einen Livestream machen können und er war sofort einverstanden und begeistert. Ja, und jetzt sitzen wir hier mit euch live aus der Kneipe und sogar unser ein Abonnent ist schon mal gekommen, fand ich klasse, der Paski. Hoffen wir, da kommt ein bisschen mehr. Wäre gut auch für den Kneipenbesitzer und so. Deswegen haben wir das auch gerne gemacht. So, dann lesen wir mal vor. Hab ja übrigens gesagt, dass ich komme, ne? Hab ich auch besprochen, ne? Dann hat er, er hat es auch gesagt. Ich komme. Hat es auch erwartet? Ja. So. Da schreibt einer, der Henry PP04 würde man es nicht genauer wissen, könnte man meinen, Francesco wäre Schalke-Trainer vom Outfit her. Ja. Ich bin Trainer. Marcel Lielge ist auch dabei, hallo. Jan Bremer ist, ach so, der antwortet jemand anderen. Der Ruhrpott Schalker, schön, dass du auch dabei bist. Glück auf an alle von Leon. Der Preußen, Preuße, sagt starke Aktion. Danke, danke. So. Manipulativ. Glück auf, bin unterwegs und wollte nur kurz viel Spaß und drei Auswärtspunkte wünschen. Danke dir, Manni. Und dir noch einen schönen Samstag. Und hoffe mit den drei Punkten. Kannst du von da aus gut sehen? Ja, ja, ja. Das ist schon mal. Das ist so. Ich bin ein kleiner. Ach, mach dir keine Sorgen. Wir sollen gucken, was soll ich jetzt raus. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Ich setze mich sowieso im Spiel da vorne. Ja, ja, ja. Damit ihr hier in Ruhr... So, jetzt übernimmt hier unser Moderator. Möchtest du hier sitzen? Ja, gerne. Geil. Dann lass mal gucken. Danke dir. Nee, super. Moin Männer, moin Fresh. Moin Alex. Dieses Wochenende zweite. Gelb-schwarzes Regal geht gar nicht. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Wir haben es gerade schon gesagt. Gelb-schwarzes Regal geht gar nicht. Hab ich doch gesagt. Einer wird das sagen. Aber da kann ich nichts für. Das hab ich da gar nicht gesehen. Aha. Ist aber blau dabei, ne? Ach. Aber es ist auch kein Regal. Es sind, glaube ich, Bierträger hier, ne? Mhm, Bierträger. Ja. Auch so cool. Können die gar nicht. Wir müssen nochmal blau nachstreifen. Können wir nochmal blau nachstreifen. Oder weiß. Oder wir machen das nachher, Leute. Wir kümmern uns drum. Hey, Sky läuft das Spiel. Sky 5 ist das. Genau. Ne, oder 4. 5. 5. 5, ja. Okay. Ey, ich hätte mich echt gefreut, wenn wir Itakura heute schon spielen hätten sehen. Vielleicht kommt der noch in der zweiten Halbzeit, das wissen wir nicht. Also wenn ich ehrlich bin, die 10, 20 Minuten werden heute für ihn gut. Da der erst mal ganz neu ist. Und nur einmal mittrainiert hat, glaube ich. 10, 20 Minuten werden für ihn gerecht in meinen Augen, heute. Ich glaube, ausprobieren. Ich finde so rein vom Papier her, oder vielleicht abgesehen von Terrell, aber ist das eigentlich schon unser krassester Neuzugang, oder? Ich sage ja, ne? Was hat der noch in der Aufstiegsklausel? Also, wenn der jetzt... 4 Millionen. 4 Millionen. 4 Millionen. 4 Millionen, das ist schon. Aber nur wenn du aufsteigst, kauf wir den. Das ist der Haken. Das ist ja bei den Salazar auch. Nur wenn du aufsteigst. Das ist der Haken, ne? Nur wenn du aufsteigst. Dann musst du nächstes Jahr mal wieder an Inkala arbeiten. Ich hoffe, dass wir das schaffen, aber meine Vermutung bleibt noch einmal, dass das dieses Jahr nichts wird. Aber wenn wir wären, da habe ich gesagt, sauge ich mir erst mal einen richtig. Du kannst doch keinen Schlagespieler in den Startup packen, der gerade einen Tag da ist. Doch, könnte ich schon, aber dafür müsste ich Trainer sein, sagen wir es mal so. Dann ginge das. Aber hängt davon ab, aber der Itakura, ich sage mal Itakura, unser Itakura, der kam aber aus Japan jetzt, ne? Der war bei der Olympiade dabei. Ja, ist der nach Nitz City und dann nach... Groningen. Der hat bei Fürs City nicht ein Spiel gemacht. Nicht ein Spiel. Groningen, alle, ne? Und dann noch den besten Innenverteidiger in der Liga gewesen. Und jetzt hat er die Olympischen Spiele gemacht. Jetzt wissen wir nicht, wie der eigentlich überhaupt in der Vorbereitung war. Ich habe die Highlights gesehen, aber in den Olympischen Spielen. Die Kopfballtour war da. Also, du musst mal die Highlights sehen bei Groningen. Wie der da abgegangen ist als Innenverteidiger. Dynamisch, stark, passt sich ja. Der, und er kann auch defensives Mittelfeld spielen, ne? Seine Nebenposition. Sechs Jahr. Ja, kann er. Und wenn er das auch holt, äh, boah, ich mich lieb, wenn Spieler mehrere Positionen spielen können, ne? Boah, ich liebe das. Dann brauchst du nicht so viele Spieler kaufen. Ähm, Nastasic soll durch sein, ne? Ich weiß. Ganz ehrlich, ich habe es noch nicht mehr sofort alles, was Italienisch heißt. Ich habe da schon mal ein Video über Nastasic gesagt. Da habe ich gesagt, wenn es soweit ist, wenn Florenz seine Spieler abgibt, holen sie Nastasic sofort. Und jetzt ist das auch passiert. Spieler wurden verkauft. Und die haben ja gesagt, wenn wir Spieler verkaufen, holen wir den Nastasic. Oh, Gramozis. Du bist vor 31 Minuten fest, dass der wechselt? Ja. Und ich hatte auch gerade. Und ich konnte da schon... Er wusste. Ich habe... Du wusstest. Ich wusste es, aber in italienischer Presse in Italien haben sie darüber diskutiert, auch wie so ein Sportstudio, wie in Italien gibt es auch Sportstudio. Da haben die auch geredet über Nastasic, auch gesagt, der ist auch verletzungsanfällig und etc. Und dann haben die auch gesagt, wenn Florenz Spieler abgibt, wird er kommen. Holen sie den. Machen wir ein bisschen lauter und gucken, was er sagt. Ja, genau. Ist das auch schon, oder? Ja, genau. Oh, ein bisschen lauter. Wegen dem Ton, weil wenn das mit reingeht... 3, 3, 3, 2, 2 spielen wir. Ja, okay, ist ja 3, 5, 2, kannst du sagen. Nur die... Ja, die machen das immer ihre... Aber da ist eigentlich ein 3, 5, 2, siehst du da. Ja, das ist ein 3, 5, 2, definitiv. Du kannst das variieren, wie du möchtest. Zum Beispiel Regensburg spielt mit 4, 2, 2. So, aber die drehen das manchmal auf 4, 2, 3, 1 mitten im Spiel. Das ist immer unterschiedlich. Aber ich frage mich, ganz ehrlich, ich frage mich jetzt zum Beispiel, wie geht ein Kramotzis da jetzt vor? Warum hat der gegen Aue jetzt... Weil die selber mit 5er-Kette gespielt haben, hat er auf 4er-Kette umgestellt, um offensiv da reinzugehen? Oder was ist so der Hintergedanke bei ihm? Ich denke mal, ich gehe mal davon aus. Sein Hintergedanke ist, Regensburg mehr Ballbesitz zu geben. Weil Regensburg in die Spiele, wo die jetzt 3-mal gewonnen haben, haben die wenig Ballbesitz gehabt. Die waren immer diejenigen, die auf Konter gelauert haben. Und die waren effektiv. Dann ist es ja, die waren effektiv direkt vorne. Da ist keiner, der 4, 5 Tore macht, der Stürmer. Nein, dann trifft der Innenverteidiger, der Mittelfeldspieler, Stürmer, egal. Da sind sechs verschiedene Schützen bei dem. Und ich gehe mal davon aus, dass er Regensburg mehr Ballbesitz geben will. Mal gucken, wie die darauf klarkommen. Weil da bin ich auch gespannt, wie Regensburg darauf klarkommt mit mehr Ballbesitz. Aber bei Aue hast du auch gemerkt, bei Großes Feuer spielen wir mit Fünferkette und stellen sich rein. Da musst du auch auf den Sieger spielen, mit der Viererkette. Ich glaube, deswegen hat er mal mit der Viererkette probiert bei Aue. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. So, denke ich mal, der Plan von Ramozzi ist. Danke dir. Danke dir. Sehr geil, danke Carsten. Vom Carsten, damit wir was zum Füttern haben. Perfekt. Läuft. Noch Haribos. Hätte jetzt Italien gespielt, hätte ich gesagt, eine Pizza. Ja. Mach dir gleich wieder die Spielzeit hier rein, damit man es anpassen kann. Jawohl, machen wir. Das machen wir. Die kommt mit rein. Hallo und Glück auf. Wolfgang, moin. Und Fabi, gehe auch. Mahlzeit. Okay. Weißt du, was ich halt schade finde, wenn du dich anpasst dem Gegner. Das finde ich generell scheiße. Ich finde, man sollte eigentlich ein System haben. Ja, danke dir und Glück auf. Glück auf. Auf jeden Fall. Wir sehen uns. Dann tun wir mal mehr. Dann komm mal ohne. Mach ich. Ja, aber ich kann auch Auto stehen lassen dann. Ich fahre jetzt dreimal um, dann bin ich zu Hause. Alles klar. Ciao. Ja, danke. Ciao. Nochmal, was war denn mal die Frage? Ich finde es ja schade, wenn wir uns immer dem Gegner anpassen. Weißt du, normalerweise müsste man doch sagen, okay, wir sind Schalke 04 in der zweiten Liga. Wir haben ein System. Wir ziehen das durch und dann, also am besten mit Viererkette. Ich sage mal so, als Trainer musst du ja immer gucken, wie spielt der Gegner. So, das heißt, wie du gesagt hast, eigentlich müssen wir uns nicht anpassen, die müssen sich an uns anpassen. Ja. Wir sind Schalke, wir sind nicht so ein kleiner Verein. Genau. Nichts gegen Regensburg, um Gottes Willen, nichts gegen Regensburg, aber wir sind kein kleiner Verein. Aber okay, Gramozis denkt anders, der will schauen, lassen wir mal den Gegner mal den Ballbesitz und das wird auch so sein. So habe ich das Gefühl. Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass ich mich hier, dass wir mehr Ballbesitz haben, pressen, auf das 1-0 gehen, direkt einen Nackenschlag, das 2-0. Dann kannst du beruhigter spielen. Hoffe ich, hoffe ich. Ja, ja. Schalke kann heute auch mit der Fahrradkette gewinnen, genau. Schalker Botschaft ist auch wieder da, liebe Grüße an Andreas. Andreas, ich habe heute kein Cappuccino. Aufregt, Andreas. Hey, Papa, ich bin es, Fabi, sagt Grazia. Ach, mein Sohn, Fabiano, ich liebe euch. Fabi und Samu, ciao. Die schauen jetzt das auch. Moin, Kessi, denkst du, Cholinov könnte heute erste Einsatzminuten kriegen? Ich glaube, ja. Ich glaube auch, der hat schon ein paar Mal mit trainiert. Und dann sind Fliegenspieler, so einen schnellen. Cholinov? Cholinov, ja. Ey, ich habe sogar gedacht, wir spielen heute ein 4-3-3. Ich war so nervig zu glauben, wir spielen heute ein 4-3-3. Auch kurz gedacht. Rechts Cholinov, links, Wülter. Ja, hätte ich auch gedacht. Was habe ich dir gesagt? Magst du mir heute wieder spielen vielleicht? Naja, Kattenaccio. 3-5-2. Ich habe das ja im Kanal ja auch gesagt. Der wird bestimmt ein 3-5-2. Ich hoffe auch 4-4-2, aber gegen Regensburg, die sind Tabellenführer. 8-0-Tore wird der Gramozis 3-5-2 spielen. Aber ich glaube, Cholinov kommt rein. Bin ich mir sehr sicher. Ich denke mal, der tut die beiden 9, wird er reintun. Aber wann? Die letzten 5 Minuten? Und bitte, Gramozis, lass den Salazar durchspielen. Bitte. Er muss, ja. Was sagst du denn letztes Mal, dass er den rausgenommen hat? Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hätte auch den Drexler ausgewechselt, statt den Salazar. Ja, Drexler hatte die gelbe Karte schon, wäre sinnvoll gewesen. Gott sei Dank ist er ja nicht gesperrt worden, aber das Risiko war hoch. So, Gramozis hat gesagt, dass die Aufstellung flexibel sein soll, dass Fünferkette auch in die Viererkette wechselt. Er lernt, er lernt. Das ist wichtig. Wenn der Gramozis lernt, als Trainer mal Taktik zu ändern mitten im Spiel, top. Top. Jeder Trainer darf Fehler machen, aber er muss seine Fehlern einsehen und immer umdenken können. Francesco vergesst ein 4-4-2, wie wir mit dem Scheiß-Spielen haben wir gegen Aue gesehen. Ne, Moment, Lone Wolf. Ne, ne, ne. Unser Lone, ja. Sorry. Sorry, aber ganz ehrlich, erste Halbzeit, das war die dominanteste Halbzeit von Schalke 04 in der gesamten Saison. Meiner Meinung nach. Also Aue hat ja gar keine Schnitte gehabt. Ich sag mal, der Lone Wolf, ich kenne ihn ja, wir kennen uns ja. Und ich weiß, er mag die 3-5-2 Taktik. Lone, 3-5-2. Aber hast du gehört, was der Gramozis gesagt hat? Kann auf eine Viererkette umsetzen mitten im Spiel. Er lernt, der Gramozis lernt. Lone, was habe ich gesagt? Wenn der Trainer lernt daraus, dass er mal aus 3-5-2 eine 4-4-2 macht oder 4-2-3-1, dann sind wir auf einen guten Schritt mit dem Gramozis. Rantel mal wieder, sagt Reinhold. Ja, sag mal was zu. Rantel? Ja, soll er seine Chance kriegen? Weil jetzt hat ja der Aydin jetzt zweimal, glaube ich, von Anfang an gespielt. Wie hat dir der gefallen? Aydin hat mir eigentlich gar nicht schlecht gefallen. Kämpferisch super. Nur nach vorne die Akzente noch nicht so gut. Weil wir brauchen lieber rechts einen, der auch vorne Akzente setzt. Das ist ja wichtig. Du hast hier bei... Ich finde unsere rechte Seite, die ist... Schwach. Wenn die Idee ist, schwach. Und über links hast du den O hier an. So, der setzt Akzente. Außer gegen O hat er keine Akzente gesetzt. Aber rechts, da müssen wir noch die Mischung finden. Wer passt dazu, der vorne mal flanken kann. Und da sehe ich noch keinen. Aber Rantel geben wir eine Chance. Mit der Offensive muss Schalke das Spiel machen und sich nicht hinten reinstellen. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Sehe ich absolut so. Ich finde, wir sollten selber unser eigenes Spiel aufziehen. Ich meine, da gehört immer eine gute Defensive zu. Nur, wie gesagt, man kann ja auch Entlastung nach vorne schaffen. Durch gute Angriffe. Werden wir sehen heute. Werden wir sehen heute. Ich bin langsam, ne? Langsam nervös. Habt ihr heute das richtige Spiel ausgedruckt hier. Ne? Gegen Regensburg. Könnte knapp werden, heute. Könnte knapp werden, ne? Mal gucken, ey. Und dann noch gegen den Tabellenführer. Wer hat das gedacht? Ja. Hätte einer von euch gedacht, Tabellenführer? Jan Regensburg, 8 zu 0 Tore, 9 Punkte. Ich habe die konsequent, habe ich immer Niederlage getippt bei denen. Aber da wusste ich ja auch, zwei Wochen vorher nicht. Ja, Regensburg, der erste Platz. Deswegen sage ich ja, was alles passieren kann, wenn du eine geschlossene Mannschaft hast, die zusammenhält, zusammen ist, auch außerhalb des Platzes ist das wichtig. Dieser Zusammenhalt, da kann viel passieren. Und siehst du bei Regensburg, was ich da alles gelesen habe, über dieser Zusammenhalt auch bei denen, ne? Und das sieht man auf dem Platz. Jeder ist für jeden Tag, kämpft, rackert und das muss bei uns, wenn das passiert bei uns, dann weiß ich nicht, was am 34. Spieltag passiert, ne? Und ihr wisst, wenn wir aufsteigen sollen, KC kommt hierhin, wir feiern alle, ne? Ja, das sage ich dir schon jetzt. Ja, ja, klar. Dann feiern wir alle zusammen. Brauchen wir in Coesfeld nicht zu machen. Nein, in Coesfeld gibt es da noch Schalker Fans? Ja, klar. Außer du? Außer du? Hey, wir haben nicht. In Coesfeld ist, glaube ich, der zweitgrößte Fan, oder vielleicht sogar der größte Schalker Fanclub. Oh, das wüsste ich jetzt nicht, weißt du? Ja, ja, doch, es gibt viele Schalker. Das ist schon mal wichtig. Ja, Sky. Hallo und Glück auf, müsst ihr nicht mit der Musik aufpassen. In gewisser Weise ist das natürlich auch ein Experiment, wenn wir jetzt so den Ton hinten dran laufen lassen. Aber im Endeffekt, das ist... Wenn du möchtest, kannst du leiser machen. Ja, aber das ist ja auch sehr... Nicht doof, ne? Ich weiß, keine Ahnung. Wir probieren es mal. Obwohl, wenn ich bei Dings sehe, bei anderen, die lassen ja auch den Ton einfach laufen. Teilweise, teilweise. Ich, zum Beispiel, bei meiner Live-Reaction, hörst du den Ton immer. Aber das Gute ist, wir probieren es jetzt gerade einmal aus. Und wenn es nachher nicht so sein sollte, dann wissen wir es für die Zukunft. Hauptsache, es wird nicht gestrikt, der Kanal. Das wäre doof. Und trotzdem, wenn ihr wisst, Brausotum, kommt ihr hin. Wir sind in der Kneipe bei Brausotum. Aber leider bitte geimpft sein, genesen oder ihr habt einen Test gemacht. Genau. Aber das sieht man gut, Carsten. Das sieht man gut. Glück auf, ihr beiden. Schauen wir mit Lennart und noch ein paar Freunden. Ich bin mir ferns ja mit. Sehr geil, Marvin. Liebe Grüße zurück. Auch nochmal an Lennart und an deine Kumpels. Hi, Lennart. Und reg dich nicht so auf heute. Genau. Mach ich schon für dich. Bis hier, wann Latzer zurückkommt? Nee, aber ich habe ihn jetzt trainieren sehen auf dem Laufband. Okay, laufen darf er, aber mit den Knie, du kennst das selber, mit Knieproblemen. Du kannst laufen, aber... Das habe ich schon bemerkt im Training. Das ist es, du kannst jonglen, aber was ist, wenn du eine andere Bewegung machst? Was passiert da? Wenn du jetzt einen Sprint ansetzt, dann schnell umdrehen. Das ist es, ja. So, die Mannschaft kommt rein. Ich muss mein Dings hier machen. Einmal, weil ich da sitze. Ich muss halt auf... Hey, Ralf. Danke dir für deine Kanalmitgliedschaft. Sehr geil. Sehr, sehr geil. By the way, geht natürlich auch rüber zu Francesco und abonniert seinen Kanal. Übrigens, heute, wenn ihr heute spendet, macht es bitte über YouTube selber. Tippie-Stream ist heute nicht verknüpft. Deswegen werde ich die Spenden nicht sehen. Oder wenn ihr dann über Tippie-Stream gespendet habt, dann gebt mir eben einen kurzen Hinweis. Sage ich auch auf jeden Fall dann natürlich dazu. Dann danke. Okay. Wäre das Spiel um 20.30 Uhr oder so gewesen, wäre ich mit ein paar Freundinnen vorbeigekommen. Oha, Dari. Nicht schlecht. Dann komm. Spaß. Spaß. Jeder ist herzlich eingeladen. No front, aber ein Punkt wäre schon Erfolg für Schalke gegen Regensburg. Einmal schon. Was, gesetzt ihr mal kurz? Mit der Vorgeschichte, ja. Achso. Mit der Vorgeschichte vielleicht, ja. Aber nochmal, ich finde, wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Guckt euch mal die Mannschaft an. Die Mannschaft ist jetzt komplett. Ich finde, wir haben eine richtig gute Mannschaft jetzt, oder? Ja, also die Neuzugänge, also wir haben echt gute Neuzugänge, muss ich sagen, gute Neuzugänge gemacht. Jetzt sind wir auch wenigstens in der Ersatzbank, qualitativ. Eigentlich ist es gut. Ne? Also ich wollte gerade sagen, dass der Kader jetzt hier... Boah, was weiß ich, gegen Hamburg waren wir ja, ich glaube gegen Hamburg war das. Hast du gedacht, ey, die Ersatzbank, die können ja nicht helfen. Ach, stimmt, ja. Also die sind auch nicht so weit. Ja, stimmt. Wo hat man was mit der? Das ist, glaube ich, der Gerd Müller. Ach, wegen der Gerd Müller. Ach so. Ich habe ihn schon davor, die Woche. Ja, aber bei diesem Spiel haben die das dann noch nicht gemacht. Ah, okay, da wusste ich auch. Genau, Gerd Müller. Moin, Glück auf Bianca, moin. Ein Punkt wäre gut für Schalke, ja. Drei Punkte wären lieber. Drei Punkte. Immer noch nach oben. Versuchen wir drei Punkte mitzunehmen, ehrlich. Auch wenn es Regensburg ist, auch wenn die jetzt dreimal hintereinander gewonnen haben, aber, hey, ein bisschen breite Brust. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. So Und die Oh, warte, ich war ein bisschen zu früh Ich war ein bisschen zu früh Also Schalke 04 spielt von links nach rechts Die Mannschaften stehen jetzt gerade komplett auf dem Platz Und Schalke wird jetzt anstoßen Schiri pfeift an Und es geht los Okay Schalker spielen erstmal hinten rum Lange ist Holz direkt nach vorne Und Marius Bülter jetzt am Ball Jetzt Regensburg Jawoll, die Schalker kommen wieder an den Ball Jetzt ist Rani Randfeld dran Und jetzt erstmal Fährmann Fährmann ganz in pink Gefällt dir das Dora Trikot? Der soll die Null halten Eigentlich nicht, aber Hallo Also Francesco, du im pinken Trikot Das wäre doch was, oder? Der würde aussehen bei mir Wenn ich braun gebrannt wäre Weiß ich nicht So, die Schalker lassen den Ball gerade wandern Durch die Abwehrkette Ball kommt jetzt auf die linke Seite Jetzt ein langes Holz nach vorne Wird aber abgefangen von dem Regensburger Verteidiger Sauberhaft, holen die, holen die, holen die Jawohl, jawohl, sauberhaft Und es gibt ein Wurf 600 Zuschauer von Schalke da, ne? 600, ne? Haben die gesagt vorhin 600? Die hörst du doch Achso, ja, das sind 600 Ja, klar, höre ich Ja, ja Hörst du, nur die Schalker So sind wir Uns hört man überall Oh, sehr geil Kessi, was tippst du? Ich sag 1 zu 0 heute Spiel ihn, oh nein Spiel ihn, oh nein Spiel doch ihn Hau, drauf, bleib dran Bleib dran, bleib dran Bleib dran, bleib dran Der hat keine Kult, hau doch dich ab Jawohl, sauber, komm So, Einwurf Schalke Rampftl Lange am Ball nach vorne Das ist Terodde Terodde versucht den Ball zu halten Holten, Einwurf raus Guten Tag Hallo Hallo Hi Rainer Rainer Wir haben jetzt schon für dich Hier bin ich echt Wir rennen auch Ich will mal den Bier So, war noch Du, ja, glaube Komm, eins, du, komm So, Einwurf Schalke noch viel Wieder im Ball besitzt Da ist Rodrigo Salazar Schieß, schieß doch Schieß doch Jetzt schieß Auf die linke Seite Oh, Schussmöglichkeit Der Ball wird aber abgeblockt Und, ciao Palson bringt den Ball da in die Mitte Der geht aber ins Aus Er wird ja aufs Tor gekommen, ne? Der wird aufs Tor kommen Zwei mal jetzt, oder? Ah, Schuh Aber der Tor lag schon, ne? Der war da, Wechsler, ne? Wechsler vorher mit dem Schussversuch Aber egal, nicht schießen Das ist wichtig Schießen aufs Tor, wenn du die Möglichkeit hast Liebe Grüße, Petra So, jetzt kommen die Regensburger Über die rechte Seite Aggressiv drauf Aggressiv drauf Weiter in den Ballbesitz Lassen den Ball wandern Kommen jetzt sogar nach vorne Auf Strafraumhöhe Aber vorher abgefissen Freistoß Für Freiburg Für Freiburg Regensburg Sieht bisher gut aus, ne? Ja, vier Minuten, ne? Aber wie du siehst Die sind gewollt Die sind aggressiv Pressen Werden durchgefallen Lassen doch nicht Jan Regensburg das Spiel Nicht nur eigentlich alles So wie Plätze tauschen Kannst du auch besser sehen Nein, 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 alles ist gut Alles ist gut Alles ist gut, Christi Mach dir keine Sorgen Mach ihn zu, mach ihn zu, jawohl Da ist unser, komm, da ist unser So, jetzt kommt wieder die Regensburger Langer Ball vorne in die Spitze Ja, mal ruhig Fährmann Und Fährmann ist da Ich will mal die Aufstellung von Regensburg eben holen Sperebach, Sperebach, jawohl Spielen die beiden heute auch schon? Na, die sind auf der Bank Ach so Aber jetzt, guck mal Jetzt musste eigentlich einer vom Mittelfeld kommen Sich anbieten, jawohl Und jetzt Jetzt wieder anbieten Einer Immer anbieten Jetzt, über die rechte Seite Rein die Rande Mit dem Ball in die Mitte Ah, da musst du das Ah, Salazar Komplett hängen geblieben Ja, der wollte an dem vorbei Langer Ball und dann an dem Hinten Jetzt kommt wieder Beste Über die rechte Seite Schön, schön, schön Unser Schön Gut, Flick Gut, das ist gut für dein Selbstvertrauen Und du jetzt Genau Ja, das ist Solche Bälle sind gut für ihn Jetzt spiel rüber Und jetzt wieder anbieten Jetzt wieder Mitgehen Jawohl Jetzt mitgehen Jetzt spiel wieder Nein, nee Zu früh Weißt, was ich nicht verstehe? Der Salazar, der läuft so Warum überläuft er denn nicht hinten ihm rum Damit er dann so spielen kann Warum läuft der so rein Damit der Innenverteidiger mitgeht Das verstehe ich nicht Das verstehe ich manchmal nicht Genau Genau bei denen reingelaufen Ja Ja Mann Mann Ey, wo steht da keiner? So gemacht, fertig zu spielen Nein, nein Oh, Lahnabal jetzt in die Spitze von Engsburg Oh, Fährmann Klasse, Fährmann Fährmann ist da Unsere Nummer 1 Abzeit Ja Nee Boah, bis dahin Ist sowieso Nicht gepasst, ne? Wobei, den hat er normalerweise auch Den hat er normalerweise auch Jetzt aufpassen Die sind auch kaufgaststark Keine Ahnung Sky 5 Sky 5, genau Ich weiß nicht, wie oft wir das noch sagen sollen Nein, das ist jetzt gesagt Dann haus das letzte Mal Was du denn? Guck mal, wie der zum Kopfball kommt Guck Weil es heute gefährlich werden kann Dann musst du den Körper Einfach nur den Stern Dann kommt er schon aus dem Rhythmus Da Was machen die da? Was machen die da? Was machst du da? Was machst du da? Wer war da? Flick Ach du Scheiße Scheiße Meine Beste Alter Was dribbelt der da mit dem 16er? Jetzt erklär mir mal Nein Hast du gesehen? Der Flick Warum dribbelt du den 16er? Das ist doch Guck mal jetzt Guck mal jetzt Guck mal jetzt Spiel doch nirgends raus dann direkt Meine Güte ey Und dann geht auch keiner hin Dann geht auch keiner hin Ja, aber da kannst du den Guck mal in dem Moment Guck mal Der spielt direkt angenommen So, angenommen Legt sich hin schnell Und dann Ja, Flick Sorry Flick Ey, das kann nicht wahr sein Ehrlich Wobei Aurejan kann da aber auch reinfliegen Finde ich Ja, aber dann ist jetzt Flick Ja, guck Hast du gesehen? Da hätte er auch die Grenzen rein Aber trotzdem Was macht der Flick da? Sorry Er kann zu stehen Meine Güte Gerade lobe ich den noch Und jetzt macht der so Ja, ja Scheiße Schatz Schatz Du Scheiße Boah ey Der spielt ja jetzt aus Boah 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 Du Scheiße Ich weiß ja gar nicht was grad los ist Wir müssen jetzt mal wach werden Wir müssen jetzt mal wach werden Den kann Fernhauer auch haben Hast du drauf geachtet? Ja, das habe ich schon gesehen Der ist so gekullert Der Ball Den man vielleicht kriegen kann Ja 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 Ich glaube der liegt drin Aber trotzdem ey Das ist ey Du kannst so nicht Hast du mal gesehen Der Fernseher war in der Situation gar nicht bereit Wie kannst du in so einer Situation In deinem eigenen Straf gegen zwei Mann willst du da dribbeln Hau den Ball entweder weg oder spiel nach außen raus Nein Aber doch nicht Boah So wie in der Kreisliga Einmal nach außen Was willst du da als Trainer jetzt auch Dann bist du als Trainer machtlos Da kann In der Kreisliga Wenn du siehst Da kommen drei Leute auf dich Weg 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 Ja Und da die Profis decken wir können da durch Spiel Wie Zaubertor Die Regensburger sind immer noch an unserem Strafraum Ja Das ist gar nicht gut ausfallen Das ist jetzt der erste Rückstand Nach Eine früherer Ja Rückstand Ansonsten Haben wir immer geführt Ja Ja stimmt Gegen HSV haben wir geführt Genau Und danach lagen wir zurück Aber ansonsten Ja Spielt man teils Freistoß Freistoß Anfüllrücken Freistoß raus In der gegnerischen Hälfte Boah der trägt mich schon noch auf Na ist Komm Bring ihn schön rein Salazar steht da Wird wahrscheinlich eine Flanke reinbringen Ne Der Bülter ist auch da Ja Der Bülter Ich glaube der Bülter Doch der ist Bülter seine Sache Ach nicht Bülter Äh Wie heißt der nochmal? Auwejan Aber trotzdem Salazar Bülter wollte ich Ich denke gerade Bülter Direkt auf den Torwart Gar keine Gefahr Schade Hätte doch der Auwejan schießen sollen Aber Da hat er den falschen Fuß für gehabt Der Auwejan Der ist doch nicht größer Ja ja Aber dann hätte er aufs Tor direkt schießen müssen Aber so haben wir da Tor und Dings auch gemacht In Kiel Durch den Freistoß Aber aus der Position Den direkt rein machen? Nein nein Nicht direkt rein machen Rein flanken Achso Nicht direkt rein Das wäre wirklich ein Das wäre ein Ding Wenn er das geschafft hätte Bitte spielt nicht hinten rum Bitte nicht Ihr könnt das nicht Naja Wenigstens können sie jetzt Nicht hinten rein stellen Und sind jetzt gezwungen Nach vorne zu spielen Sagt Jan Ja aber die haben sich ja Nicht hinten rein gestellt Das ist Das Problem ist wirklich jetzt Regensburg hat jetzt eigentlich Ein klassisches Spiel Wie sie es die ganze Saison gehabt haben Die gehen 1 zu 0 in Führung Und lassen sich das danach Nicht mehr nehmen Also Schalke muss jetzt Wirklich aufpassen Weil wenn Regensburg Der jetzt richtig Selbstvertrauen draus schöpft Dann kriegen wir Gleich das zweite Also auf jeden Fall Effektiv Also auf jeden Fall Effektiv Aber Hilfe Wir haben doch auch so gute Innenverteidigung Wir haben es gegen Aue so gut gemacht Warum zur Hölle Haben wir diese scheiß Fünferkette wieder ausgepackt Warum Francesco Warum Und dann noch den Flick wieder Ne Letztes Spiel hat ja der Flick ja nicht gespielt Oder Ne Letztes Spiel hat er ja nicht gespielt Ne 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 Ja 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 Komm wir Jetzt umschalten nachher Jetzt schnell umschalten Jetzt schnell umschalten Mach mal die Möglichkeit Über deiner Sache Naja Wo willst du hin In der Mitte stehen die doch Ich kann nicht für deiner Sache Wird gefoult Wird nicht gefoult Jawohl jetzt aber Schöne Flanke! Flank rein! Noch mal die Möglichkeit. Von der anderen Seite. Dominik Drechsler steht da. Kaminski mit der Flanke. Weg auf den Gegenspieler. Und jetzt... Merkst du, über die Flügel müssen wir kommen. Wie über die Flügel. Dann macht der Tyrone einen. Schalke wieder im Ballbesitz. Aber nach Verteidigung. Malik, ciao. Das Bülter. Warum spielst du da wieder rein? Das hat mit Fünferkette nichts zu tun. Wenn der Flick so einen Fehler macht, bringt das beste System nichts. Naja gut, aber in einer Viererkasse hätte er ja auch nicht gespielt. Wahrscheinlich. Aber der Flick darf den Fehler nicht machen. Darf auch nicht machen. Flick hat einfach den Fehler gemacht, den er nicht machen durfte. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn zweit wird. Ich spiel kein Fußball, ich spiel in Fuku. In der Höhe Region. Ja, aber wir können diesmal nicht so viel erwarten von unserem Verein, dass der jetzt so ein Fußballspiel wie wir. Dann braucht er aber jetzt nicht ein. Nein, da hast du recht. Aber überlegt mal, das Ding wäre reingegangen. Dann hätten wir alle gesagt, das hat er gut gemacht. Aber das ist ja da nicht raus, ich weiß nicht. Nein. Ich will jetzt sehen. Wir haben hier nur mitgegangen. Ja. Warum sind die so weit von den Spielern entfernt? Er käme immer. Jetzt kommt die Regensburger wieder. Flanke kommt rein in unseren Strafraum. Und Schussmöglichkeit. Abgeblockt. Jetzt aber. Kontermöglichkeit. Schwierig. Ja. Meine Güte. Warum so. Ja, war das Salazar, ne? Salazar auch gerade. Das ist was ich sage. Versuch den Ball in die Spitze zu schwieren. Wenn du konzentriert euch mehr. Ja, das ist jetzt mehr konzentrieren, Alter. Und dann. Das sind Kontermöglichkeiten, die müssen sitzen. Sitzen. Carsten, denk daran. Du hast gesagt, wir steigen dieses Jahr auf, ne? Ja. Ich hab 2-1 gekickt, ne? Ja, kann ja noch passieren, ne? Kann ja noch passieren. Kann ja noch passieren. Aber jetzt schon 1-2. Ja, genau. Der Schuss war sehr gefährlich. Boah, gut, dass er da reingesprungen ist. Der Ballert, der sich da, wer ist da reingesprungen. So sieht's aus. Jetzt noch. Geh, 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 geh. Geh doch. Geh doch rein. Warum stoppst du wieder? Ich bin nicht alleine. Warum stoppst du denn? Mann, geh doch mit Geschwindigkeit aufs Tor. Geh doch mal nach Ausfahrt. Geh doch mal nach Ausfahrt. Geh doch mal nach Ausfahrt. Hier oben Regelsburger wieder über die rechte Seite. Mauwejan läuft da wohl, spaziert da wohl hinterher. Da ist Kaminski jetzt, übernimmt den Zweikauf. Sauber Fährmann. Fährmann pflückt die Flanken. Hast du gesehen, wie langsam der Auwejan ist? Boah. Aber gut, vielleicht hat er auch gesehen, dass Kaminski da war. Aber da musst du schnell innen reinlaufen, damit du dann innen zu machst. Ah, viele fehlt mir jetzt wieder diese langen Bälle. Meine Güte. Super. Es spielt der Torwart der Mann jetzt. So, Lander Ball in die Scharke Hintermannschaft. Das Flick. Spielt den Ball zurück zu Fährmann. So, jetzt müssen die sich anbieten. Am Mittelfeld anbieten. Kurze Schritte. Hingehen. Anbieten. Damit er dich abspielen kann. Abfallen lassen. Dich wieder anders sortieren. Nein. Ich weiß nicht wohin. Oh, muss er lang. Gut. Ach, eine Minute. Kurz. Jetzt schnell. Ballverlust der Schalker. Möglichkeit für Regensburg. Ball kommt auf die linke Seite. Das sind doch gar nicht Flanken. Der Spieler kann flanken, tut es nicht, spielt nochmal den Ball zurück, jetzt kommt die Flanke, unser, unser und unser. Jetzt muss der Kaminski rausgehen, damit er sie auch anbietet und wieder lang nach vorne, ja klar. Aurean, langes Holz nach vorne, da ist Drechsler, Aurean. Und jetzt mach mal Druck, jetzt geh. Der Rampftel rechts, links der Seite, guck mal, jawohl. Mitgehen, mitgehen, mitgehen. Guck mal, ist er jetzt auf die Sechser? Ja. Das ist natürlich scheiße. Der ist schon unbestellt? Der hat den Ball gehabt, ist nach vorne gegangen, jetzt geht er glaube ich wieder zurück. Hey guck mal, ne. Vielleicht, weil wir jetzt Ballbesitzer haben. Guck mal, diese Bälle, ne, diese lange, lange Verband. Ja, ein Ball, ne, diese langen Bälle. Schon seit zwei, drei Jahren, ne. Gegen Aure war das in der zweiten Halbzeit, wo ich mich auch aufgeregt habe. Ball angenommen im Mittelfeld und lang nach vorne. Nehm den Ball ans Spiel, ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. So unkonzentriert. Aber jetzt, guck mal, der spielt den Ball da hinten, ne. Dann nehm ihn mit Brust ans Spiel wieder ab. Guck mal, wie aggressiv Regensburg ist. Hast du gesehen, wie aggressiv? Ja. Du hast jedes Mal das Gefühl, wenn die Regensburger am Ball sind, dass es gefährlich werden kann. Mäckst du richtig Power, richtig Energie hinter. Oder? Weil die, wenn du siehst, wie aggressiv die sind. Die wollen, ja. Weißt du, warum der Fährmann so alt aussah? Ich glaube, die Sicht war wieder verdeckt. Meinst du? Ja, ja, das könnte sein. Die Sicht war verdeckt. Weil er hat das ja nie gesehen und dann wurde er... Guck mal, im Mittelfeld, was ich gesagt habe, anbieten. Guck mal, die laufen alle weg, komm, sich anbieten, mal kurz anbieten. Da steht auch keiner frei. So, jetzt. So, jetzt. So, siehst du, das meinte ich, anbieten. Zu wenig. Mehr vom Mittelfeld. So, und jetzt wieder anbieten. Jetzt muss da wieder einer hingehen. Herr Weiner hat gesagt, der ist keine Erfe im Ammeral. Oh, Schalke weiterhin im Ball besitzt, aber das ist alles zu. Ja, aber die machen alles dichter. Guck mal, die stellen wir auch jetzt mit einer Fünferkette. Ja, klar. Ja, ja, genau. Und bis jetzt den Ramfler hat ja noch gar nichts getan. Nicht vergleich die letzten Spiele. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schade. Ach, schade. Er wollte sauber fliegen. Ey, das war doch kein Foul, der hat doch den Ball gespielt. Ich meine, geht. Hör doch auf, ey. Nur so einen mit Hubs ist hier nicht. Der war kein normaler Zweikampf. Na ja, du wirst auch mal schützlich da gehört, ne? Guck mal, jetzt. Hat er den Ball gespielt? Guck mal, der hat den Ball gespielt! Der Ball gespielt! Ach, der, der schützt euch doch den Macki gar nicht. Den Macki gar nicht. Trinkpause? Oh, das ist gar nicht gewandert, Alter. Für was eine Trinkpause? Die haben noch nichts geleistet. Für was eine Trinkpause? Hier, ich kann mir eine Trinkpause gönnen, aber nicht die. Trinkpause. Trinkpause, ey. 23 Minuten gespielt, wir haben noch keine 30 Grad. Aber vielleicht tut das gut. Vielleicht tut das gut, diese Trinkpause für unsere Mannschaft. Glaub mir. Ja. Jetzt machst du jetzt bei Regensburg vielleicht das jetzt kaputt, was die jetzt gerade... Und jetzt bei Schalke kann er jetzt sagen, pass auf, wir machen jetzt anders. Wir spielen jetzt 4-4-2. Komm, wir machen jetzt anders. Das ist aber sehr optimistisch. Ja. Obwohl, ja, du, du, Kramotzes kriegt jetzt die Möglichkeit. Nein, nein, nein. Kramotzes kriegt jetzt die Möglichkeit, was zu ändern, ne? Guck mal jetzt. Mal gucken. Schwierig, ja. Aber der muss ja die Sicht bedeckt gewesen, weil der ist ja gar nicht irgendein. Nein, der ist ja gar nicht gesprungen. Ja, der ist ja gar nicht gesprungen. Ja. Ja. Ich meine, ich habe ja die Hoffnung, dass nachher irgendwie... Ich sag mal so, ich finde, wir haben ja echt gute Spieler, ne? Beispielsweise, dass Salazar vielleicht einfach mal einen guten Moment hat, einen guten Ball durchsteckt. Ja, einfach durch, ich sag mal, die individuelle Klasse. Auch durch einen Terodde. Ganz ehrlich, Terodde braucht nur einmal verdammt nochmal den Ball vor, ne? Aber der muss da, das Problem ist, die Spieler haben, die das auch umsetzen und in den freien Raum schicken oder mal eine schöne Flanke. Aber du siehst ja nichts. Passt ja eigentlich mit O-Bildern und Rachter. Komm. Und trotzdem zieht es zwei. Klappe. Ja. Klappe. Nimm ihn an. Ja. Oh Gott, Terodde. Der macht das klasse. Jetzt, 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 und fusion, jetzt geht er wieder in rein. Nein! Mein Gott! Warum geht der nicht nochmal in rein, und dann kann er mich nicht schieben? Ungölker! Drecks immer mit dem Bein! BYW Doktor. Weil ihn den annehmen können. Maaah. Wilder Köpfter direkt an den... Ja, Ikki. Der hat den in gemacht, der geht in. Mach mit Geschwindigkeit, dann steht ihr 2 gegen 1. Harte auf, jetzt gibt es eine Ecke. In dreams. ター ide nordweg. Warum köpekt der nicht oft so? Ja, mit voller Buchnaht. Einmal kurz annehmen und voll ne? Ja. So jetzt, Aurean. Ecke. Ich fand der Stund dann voll frei. Komm, Jungen. Das war nichts. Ich wusste, dass er sieht hat doch... Sala, Sala, Sala! Schuss, Schuss! Meine Güte, da kann er nichts dafür. Und jetzt... Was ist denn da? Boah! 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 Klasse Fehrmacht und klasse Palzen! Richtig der Marsch! Und guck dir mal, Palzen seine Gretschal, ey! Guck dir das mal! Riesige Schosswarte für Regensburg! Doppelschoss! Sag mal, wie ist der zweite... Wie, wie hat der den zweiten Ball denn jetzt noch... Der Palzen war da! Palzen war da! Der haben wir gesagt, der Palzen! Klasse Palzen und klasse Fehrmann, ehrlich! So, jetzt gibt's Ecke für Regensburg! Boah! War auch wieder komplett frei! Wann war Terodder das letzte Mal komplett frei bei uns? Gar nicht! Gar nicht! Guck dir noch! Aber der Nachschuss hätte er nicht reingehen müssen, ne? Aber war der Verteidiger, hätte er... Aber klasse gemacht vom Palzen, ne? Ey, wie der da reinge... Habe ich auch gehört? Wie der reingegrillt ist! Hammer! Andere Spieler wären schon wieder stehen geblieben, Ja, genau! Ach, wenn die Stürmer zu treffen... Gut, dass die nicht treffen! So, jetzt aber komm! Bülter, geh... Ja, Bülter, ne? Nee, Orion, geh da hin, meinte ich! Auch jetzt, ja! Ja! So, geh da weg! Geh da weg! Ja, genau! Geh da weg! Geh da weg! Geh da weg! Geh da weg! Jetzt sag mal ein Linksfuß! Weil Sala sagt, kannst du auch! Kannst du auch! Aber Ovejan ist der Beste, oder? Ja! Das ist Ovejan, würde ich sagen! Jetzt macht wieder Sala da! Der Kiel hat auch so eine Position, wo der auch... Ja! Hier wirst du selber nicht, was er liest! Komm, aufstimm zum Jubeln! Komm, Ovejan! 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 Oh! Direkt aufs Tor! Oh! Kein Problem für Tor! Ja, ja! So, so! Wir haben so gemacht! Wie Ove Seeler früher, mit dem Hinterkopf... Ne, wer war das? Gerd Müller oder Ove Seeler, der das Tor mit dem Hinterkopf mal gemacht hat? Seeler! 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 Mal trauen einfach! Schnell einmal übernehmen kann Vier! Ja, wir wollen übernehmen, Kaminsky! Ist der Schwimmer die erste Halbszeit nicht gut! Also das kann doch aber das noch nie funktioniert. Aber das ist ja auch wichtig... Ach wir mal ein bisschen. So ungefähr was erstes da kommen, da ist die Bestandringer! Vielen Dank. So Leute, by the way, ich habe die in der Videobeschreibung jetzt gerade nochmal Francescos Kanal auch mit aufgenommen und hier kriegt ihr auch nochmal den Link, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, lasst auf jeden Fall Francesco auch ein Abo da, besucht ihn auf seinem Kanal. Ich sage schon mal Dankeschön, aber mir werden die drei Punkte heute wichtiger. Die ersten drei Silinozungen vergessen, ehrlich. So, jetzt nochmal kurz. Steht der Flick jetzt in der Fünferkette? Ja, in der Rückwärtsbewegung ist er definitiv mit drin. Jetzt wieder vom Wackenpuch. Was für die Schritte sind schwer, wenn ich den Kommentator wiederhör, ne? Die Schritte sind schwer. Ja, guck mal, guck mal, wir laufen nur hinterher. Abseits, 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 abseits. Soll ich es wieder trinken, oder? Abseits. Ausblick. Ja, den grins nicht an, du, wier, abseits. Ja, sieht man doch, wenn es trolle, dass er abseits war. Ja, sieht man doch, wenn es trolle, dass er abseits war. Der hat immer so spät, bei uns. Weil, auch fast immer so spät, ne? Ja. Ja. Ja, weil du gehst und der Lünn jederzeit. Der lacht sich kaputt. Der hat schlacht sich kaputt, der sief, ja. Ach, kommt denn. Drei Schuss für Regensburg jetzt. Ich sag jetzt doch immer, dieses 3-5-2 kackt mich voll ab. Kann mir einer erzählen, was er will. 3-5-2. Entweder du hast schnelle Außenstürmer, die das auch mitspielen können. Ansonsten brauchst du gar nicht spielen und du hast keine schnelle Außenstürmer, brauchst du dieses 3-5-2 System gar nicht ausprobieren, gar nicht spielen. Du musst ja auch sehen, die Stärke von dem 3-5-2 System sind ja letztendlich die beiden Außen. Genau, so ist das. So und wie sieht es bei Schalke aus? Wir haben einen der hohen Runterrennen und die andere Seite funktioniert einfach jetzt gerade nicht. An Aydin und Rampel, das klappt einfach gerade nicht. Und wie gesagt, hinten in der Innenverteidigung stehen die sich alle nur auf den Füßen und machen Fehler. Jetzt bring ihn rein. Ein bisschen höher. Malik, ciao. Doch, Malik, ciao. Stürm, 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 Stürm. Nur hinterher. Nur, nur. Nur. Ja, lass ihn flanken. Lass ihn flanken. Und jetzt lass mal einen schnellen Konter. Jetzt guck mal unser Konter, wie langsam der gleich wird. Jetzt brecht. Jetzt brecht. Weil keiner da ist. Keine Leute. Guck mal, wo die alle stehen. Guck mal, wo die alle stehen. Da kommt keiner mit. Nein, das ist es ja. Ich habe keine Lust mitzukommen. Ja, da spielt das auch. Tommi, einer erzählen, Alter, neue Mannschaft, neue Mannschaft, Alter, die spielen alle seit der Jugend Fußball. Die müssen doch wissen, Alter, wenn wir einen Ball haben, direkt alle marschieren. Nicht jetzt alle Mann, ne, aber. Die ganze Mitte fällt schon. Doch, keine Bewegung. Null, null, null. Spiel, Spiel, biet dich an, ja. So, dreht dich um, guck, schau, jetzt bewegt dich. So, jetzt komm. Boah, ich wollte schon sagen. Ich dachte gerade auch, da steht der Drecksler. Gott sei Dank. Boah, Schussmöglichkeit für Drecksler. Der war ein Ecke. Schade, konnte er nicht ins Tor mit dem Ball? Das wäre schöner gewesen. Der Lehmann damals, wo der da am Wusten gekuschelt hat. Oh, geil, ich habe hart. So, jetzt komm, bitte. Hier meinte ich, jetzt den Ball und dann geht er so ins Tor. So, jetzt komm. Ja, auch jetzt. Ja, komm, egal, durch den Stand, dann müssen wir, egal wie, durch den Stand, oder? Durch den Stand, oder? Ah, auf den kurzen Pfosten. Beide ist wieder weg. Das, was ich immer gesagt habe, was passiert, wenn Terode, man sich verletzt oder nicht läuft, dann hast du vorne kein der Tore gemacht. Du hast keinen, der Tore macht. Steh auf da. Ah, in die Klöten. Das tut weh. Das tut weh. Aber jetzt die Möglichkeit noch mal für Schalke. Nein. Warum liegt der da? Wer liegt da? Ja. Schieße den Ball ins Haus. Schieße den Ball ins Haus. Hier, schieße den Ball. Schieße den Ball einfach ins Haus, dann will ich mal sehen, ob der Ellbogen dazwischen war, weil dann ist der Elfmeter. Zeig mal. Ja, Randpfel? Jo. Boah, nee. Boah, nee. Boah. Von so, von... Aber sonst liegt der da, oder nicht? Der Randpfel ist doch keiner, der sich einen halben Tag da in die Sonne legt. Vielleicht hat der Bock drauf. Nein, aber jetzt... Nee, guck mal, der liegt immer noch. Aber von der Situation konntest du mal jetzt nicht so... Vielleicht hat er ihn auch gegen den Hals gekriegt, oder so. Dann ziehe ich dich. Ist ja nicht mal Absicht für ihn. Vielleicht von vorne selber. Hä? Ja. Aber was hat der Elfmeter, weiße, wenn du so eigentlich, ne? Gerade. Warte. Wird überprüft drauf? Nein, nein, nein. Eigentlich, ne? Ich weiß nicht, manche... Ja. Ja, ja, aber gegen Schalke pfeifen sie immer Elfmeter. Ist so, sorry. Ey, jetzt mal. Warst du ja nicht ein Foul? Lass ihn mal so stehen. Lass ihn mal so stehen. Ein Ellenbogen im Gesicht, eigentlich. Schussmöglichkeit von Hülter. Flach aufs Tor. Kein Problem für den Torwart. Der erste Torschuss. Zu wenig für den Elfer, ja. Irgendwie schon, ne? Aber... ...und nicht nach vorne. Ja. Ja. Ich bin mal so. In der Ball runter. Ja. Und nicht nach vorne. Ja. 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 Ja, aber der kriegt keinen Druck hinter den Ball. Ja, leider. Und es gibt Abstoß. Schade. Irgendwie die Balance nicht, der fliegt da rum, der Salazar, naja. Aber der gefällt mir noch besser als die anderen. Ja, ja. Er kämpft. Soll er kämpft, der rankert, aber der ist noch nicht da, ne? Nee. Der ist noch nicht im Spiel so richtig, aber kämpfen tut er, ne? Aber die ganze Mannschaft ist noch nicht, ja, die pennen noch immer. Die haben alle auch pennen, ne? Ja. Stürmer keinen Zug nach vorne. Richtig, das ist... Guck die Abwehr, siehst du? Ja, jetzt müssen die Aus nach außen gehen, damit die anspielbereit sind. Und wird wieder nach vorne gepüllt. Bitte nur nicht... Glockoyle, trotz sich nicht den Fleck, den Ball zu geben, siehst du? Ja, und schon wieder haben sie den Ball. Nein, guck. Oh, das gibt Gelb. Ey, warte. Der hat den Ball gespielt, ey. Der hat auch nicht Ball gespielt. Der hat den Ball gespielt? Ja. Der hat den, glaube ich, nicht mal so bewirrt. Der hat auch den Ball gespielt. Ja. Ich verstehe, die pfeifen die da manchmal in der Hand. So, Freistoß jetzt für Regensburg, 40 Meter Torentfernung. Ja, kann ich nicht rein. Steht singen. Oh. Ball jetzt im Aus. Abschuss. Was machen die da? Erklär mir mal, was die da machen. Erklär mir mal bitte. Kann man so einfach nur wegschießen und die soll ja rausdrehen da. Das, das... Als Trainer gehst du auch... Die laufen da hin und dann... Klar, machst du Druck. Ich finde, in der Mannschaft ist jetzt eigentlich jegliche Ausrede genommen, ne? Wir haben jetzt die neun Spieler. Wir haben einen Kader, der wirklich 1a ist, der wirklich top ist. Die ersten Spiele sind gespielt. Sorry. Top würde ich noch nicht sagen, ne? Top würde ich noch nicht... Für die zweite Liga jetzt. Sehr gute Mann. Nennen wir eine Mannschaft, die einen besseren Kader hat als wir. Maximal der HSV vielleicht noch. Rein nominell von... Ach so, du meinst den Namen, namenmäßig. Ja, okay, namenmäßig, gebe ich dir recht. Aber du weißt, dieses Zusammenspiel, das funktioniert null. Nein, namenmäßig, ja. Aber die Sonne ist noch lang, ne? Gelb, ne? Hat er Geld gekriegt? Hat er Geld gekriegt? Ja. Ohne zu zögern. Gut. So, jetzt komm. 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 1-1 kurz vor der Pause. Standard ist okay, dann bin ich noch zufrieden. Wir hatten auch den sechs festen Kader. Ja, genau. Komm, komm, komm. So, jetzt Freistoß. Immer eine scharfe Planke. Bitte, Sasa, geht da weg. Das ist schön verlasen. Das ist schön verlasen. Der kotzt mich wieder an. Ehrlich. Er ist der alter, der nicht ganz droht, aber... Alter, Orian ist gut über Standard. Ey, das... Ich könnte mir wieder... Und dann soll mir einer sagen, nee, boah, nee. Lass ihn doch, äh, wirklich, lass ihn doch schießen, da flanken. Nein. Ja. Ja. Sauber. Bar gespielt. Jawohl. Jetzt komm. Komm, schneller, schneller. Jetzt muss er drauf. Guck mal, wo soll er hinspielen? Keiner bietet sie an. Okay. Tschau, Mann. Jetzt ist er ganz alleine. Kannst nichts machen. Guck. Er ist ganz alleine. Ja, die rücken nicht auf. Ja, das ist schon klar. War schon schnell. Und deswegen können wir auch kein... Wir sind keine Mannschaft, die auf Konter spielen kann. Du musst das spielen. Wir haben diese Schnelligkeiten gefühlt. Mann, das haben wir nicht. Wir schlafen bei Konter. Wir pennen. Du siehst ja bei Regensburg, wenn die Kontern... Auf einmal marschiert das ganze Mittelfeld. Auf einmal von hinten siehst du die laufen. Stürmen. So, Flick auf Tschau. Ah, das ärgert mich so, ne? Hat er wieder geholt. Ja, das hat er wieder geholt. Ja, das hat er wieder geholt. Mach, mach, mach. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Ach du... Oh Gott. Ach, Herrmann ist da. Ruhig, ruhig, ruhig. Wie alle da hinterherlaufen, als ob die ja nicht mehr können, ey. Seht doch schon. Spiel den Ball. Spiel den Ball. So, jetzt Mittelfeld anbieten. Ja, Spiel. Umdrehen. Andere Spielmöglichkeiten. Oh, schon wieder. Boah. Boah. Nein, war nix. War nix. War nix. Schon gut, aber Frau Sack. Wusstest du, dass ich mal zum Vogue käme und... Du? Ja. Aber der ehemalige Jugendtrainer Vogue kam. War nix. 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 Nicht zu wenig. Nicht zu wenig, genau. Dir geht es sehr gut. So, Fuß, Fuß, Tessi, jawoll. Danke dir, Max, nochmal. Ein individueller Fehler und zack. Ein individueller Fehler und zack, ja. Genau. Das war ja das Problem letztes Jahr. Da haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht. Glaubst du, glaubst du, dass dass das nachher so viel Unsicherheit nachher bei der Schalker Mannschaft gegeben hat oder glaubst du, das wäre scheißegal gewesen, ob da die eine Unsicherheit gewesen wäre? Das wäre scheißegal jetzt. So wie ich weiß, wenn wir jetzt nochmal umstellen und nochmal mehr offensiver spielen, haben wir ja immer getan, zum Beispiel gegen Billingen. Die erste Halbzeit war ja nicht so toll. Und die zweite Halbzeit schub nach vorne, direkt nach dem Anpfiff. Ich denke mal, wenn wir jetzt umstellen, dann könnte es vielleicht passieren. Wenn wir nochmal alles geben. Also ich, für mich auch. Also ganz ehrlich, du hast dieses Spiel nicht verloren. Die Mannschaft braucht jetzt eine richtige Ansage, eine richtige Ansprache. Immer mit dem nötigen Fingerspitzengefühl natürlich auch. Aber schon ganz klar in die richtige Richtung und die richtigen Wechsel einfach. Ich glaube so ein Hoppe, der kommt jetzt mit richtig viel Euphorie wieder. Und Cholinov ist jetzt gerade gerade neu dabei. Ich bin ehrlich, ich will ihn auch sehen. Nicht nur wegen der Euphorie, sondern auch wegen den spielerischen Klasse. Schnelligkeit, nochmal außen Schub und dann vielleicht die Flanken reinbringen. Würde passen jetzt. Und der wäre jetzt nochmal frisch. Also ich finde böter, aber dieses Spiel jetzt... Ich fand, der war nicht so ballsicher. Dieser 1 gegen 1 trippeln, der war ja nicht so top. Mhm. Also offensichtlich muss auf jeden Fall was getan werden, finde ich. Böter hatte aber so ein hektisches Spiel, finde ich. Also dieses Spiel so unsicher eigentlich. Vielleicht nochmal kurz vor Schluss wenn Hoppe so reinbringen auch. Mhm. Was denkst du über Salazar? Also ich finde, der hat das beste Spiel von allen. Jetzt ist es gemacht, in der ersten Halbzeit. Also der hat richtig gut gekämpft. Natürlich, der war immer im letzten Züge. Das ist immer der letzte Pass. Aber ich finde, der war einer der wenigsten, der viel gekämpft hat. War für mich bis jetzt der beste Mann, obwohl wir kein gutes Spiel gezeigt haben. Ich frage mich bei Salazar, also sehe ich auch so. Ich finde, der hat mit Abstand die beste Einzelleistung jetzt gerade in dem Spiel gehabt. Und was, naja, dennoch nicht gut war, aber immerhin. Aber so richtig eingebunden wirkt er aber auch nicht, oder? Nee, noch nicht. Wo wenn er teilweise den Ball hat, die Mitspieler scheinen da noch nicht so richtig. Heute zum Beispiel gar nicht. Du gehst aus rechts, keiner kommt mit. Keiner kommt mit nach rechts, keiner hilft. Die laufen da alle irgendwo quer. Da wollen wir dann nur die langen Wälde machen, und keiner kommt an. Ja. Flick raus, hoppe rein, dann läuft es, sagt Michael. Das wäre eine Überlegung. Das wäre eine Überlegung. Eine Abwehr weniger, Viererkette. Guck mal, Chau und Kaminski zusammen in der Innenverteidigung. Das reicht. Das war doch letztes Spiel. Warum packst du da noch einen Spieler dazwischen? Ich check das halt. Und dann auch einer, der die Position jetzt in den ersten Auftragspielen nicht so sicher gewirkt hat. Der muss auch noch in die Mitte, genau in die Mitte. Ja, finde ich. Nee. Und Kramotz, das meint ja noch vor dem Spiel, wir fahren nach Regensburg und unser Spiel zu zeigen. Aber das war für mich jetzt nur reinstellen wieder. Ja, also mehr reinstellen und gucken, was Regensburg macht. Ja. Also ich finde, da haben noch nichts gezeigt. Da muss in der zweiten Halbzeit mehr kommen. Am besten nochmal offensiv und umstellen System. Vielleicht nochmal diese Formation vom letzten Spiel. An alle, die jetzt Kramotzis rausschreiten, wer sollte es denn eurer Meinung nach machen. Ganz ehrlich, Kramotzis hat sie ja einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, ja. Letztes Spiel, finde ich, war gut. Vielleicht die Auswechslung von Salazar kann man mal diskutieren. Ja, genau. Ich finde, das letzte Spiel ist eine gute Umstellung gemacht. Und außerdem ist es ja auch nicht nur Kramotzis, sondern auch die Spieler. Man hat gesehen, die laufen da nur hinterher, kommen nicht rein zum Zug. Die pennen da hinten. Also ich finde, dieses Spiel ist ja nicht der Kramotzis schuld. Bis jetzt. Vielleicht hätte man nicht die Führungskette spielen sollen, meiner Meinung nach. Genau wie bei Aue jetzt die Viererkette noch mal angehen. Wenn es jetzt da nicht läuft, könnte man gucken, ob man auf die Führungskette umgeht nochmal. Hey, mal was anderes. Wie kann man die Kneipe unterstützen, von der ihr gerade streamt? Kann man spenden? In erster Linie kannst du auch mal vorbeikommen hier, Fabi. Kannst dich mal mit Carsten auf jeden Fall mal zusammensetzen. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall so miteinander besprechen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt aktuell ein Spendenkonto eröffnet hat für so eine Kneipe. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann noch mal fragen. Ja. Gegen Bremen überraschend 0-0 bis jetzt zur Halbzeit, gegen Karlsruhe. Karlsruhe ist jetzt auch bis jetzt so eine Mannschaft, die gut mitspielt oben. Wenn wir jetzt auch gegen die spielen würden, dann spielen wir ja auch gegen die, das wird auch nicht einfacher. Sie sind auch mit Rings und bis jetzt die beste Mannschaft in der Liga bis jetzt. Schlechtes Spiel bisher auf Terrode und Hülter wie abgeschalten. Terrode, wo war er heute? Ich fand auch nicht, der Terrode war heute nicht zu sehen, gar nicht. Okay, er hat mal gut die Bälle überwacht, aber zum Zuck da vorne habe ich den gar nicht gesehen. Vielleicht mal eine Torschung von ihm oder so ein Zeichen von vorne. Ich sag mal so, das ist ja auch kein Vorwurf an Terrode. Letztendlich ist es nur bezeichnend, dass wenn du ein Terrode das ganze Spiel über nichts siehst, dann ist halt wenig nach vorne gelaufen. Er ist halt der zentrale Stilmann. Man muss ihn mit Flanken füttern, dann überzeugt er. Das haben wir ja bis jetzt nicht gemacht. Kommt ja nichts an von dem. Ist ja jetzt kein Messi, der jetzt das Bein nimmt und zack zack zack, dann spielen wir. Ist ja eigentlich so. Er braucht dann die Mitspieler dafür, dass er dann auch zündet. Zum Beispiel jetzt gegen Hamburg, hat er auch diese Mitspieler gehabt. Er hat auch seine 20 Buden gemacht. Er hat immer viele Flanken bekommen und sowas. Bis jetzt. Terrode war mit Verteidigung beschäftigt. Ja, das stimmt. War noch nicht genug hinten drin. Ich finde, Terrode hat mehr Zweikämpfe angenommen als der Flick bis jetzt. Wenn er mal hinten mitgearbeitet hat. Bei dem Freistößen oder wenn wir jetzt hinten... Ich weiß nicht, Flick... Ich weiß nicht, ich kann ihm kämpferisch da eigentlich gar keinen Vorruf machen. Nur er passt da halt irgendwo so. Er ist halt, aus meiner Sicht, überall in der Fünferkette. Und dann irgendwie spürt man das in jedem Spiel. Irgendwie der ist so... Die steht sich da gegenseitig auf den Füßen. Und er ist irgendwie dann immer der Leidtragende, der auf den Fehler dann nachher auch macht. Keine Ahnung. Das sagt ja auch einer. Er hat mehr erfolgreiche Zweikämpfe als Flick. Ist halt echt so. Hab ich auch sofort im Spiel gesehen. Ich finde, der Flick ist zu oft wieder hinterhergerannt wie beim Spiel gegen Kiel. Ist er auch zu oft hinterhergerannt. Nur hinterhergelaufen gegen... Gegen Auer hat er nicht gespielt. Ich glaube gegen Billingen war er auch so. Obwohl er in der Vierteliga war, war er auch nicht so sicher. Aber weißt du was? Letzte Saison war doch unser Problem eigentlich auch. Wir haben nur über die Mitte gespielt, ne? Ja. Nur über die Mitte. Nichts anderes. Es ging nichts über Außen. Jetzt haben wir plötzlich die Möglichkeit mit Außen auch zu spielen. Also ich meine, so breit sind wir jetzt auch noch nicht aufgestellt mit Flügelstürmern. Aber du hast jetzt einen Hoppe, du hast einen Cholinov, du hast einen Bülter. Ja. Warum? Eidin! Eidin ist auch so ein Spieler für Außen. Kramotze! Stell oben! Also ich sagte ja, auf jeden Fall offensiv Außen muss geändert werden. Würde ich jetzt wechseln nochmal taktisch. Dann würden wir nochmal umstellen. Also Außen ist jetzt ganz wenig. Vor allem in der rechten Seite ist irgendwie so. Nichts. Ich finde die Mannschaft, wir haben gemerkt, wir sind mehr über links anstatt rechts. Weil mehr links abgeht als rechts. Rechts ist zu wenig. Ja, 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 ja. Randspiel ist heute auch wieder. Randspiel wirkt heute wieder nicht gut. Wir sind bis zum nächsten Tag in der Arbeit, ne? Ja. Ich hab früher Fußball gespielt. Ich weiß ja nicht, wann wir trainieren oder was? Ich weiß ja nicht, wann wir trainieren oder was? Ich weiß ja nicht, wann wir trainieren oder was? Und wenn die Sonntags dann, äh, Saupfer-Spielern Sonntags, die die voll einfach angespielt haben, sind in der Wehr oder so Fahrrad fahren, Massage. Und die Ratsspieler, die trainieren immer mal. Ja. Dann würde ich dir dann sagen. Salazar war nicht schlecht. Ich finde auch Simon. Salazar war für mich der beste Mann auf dem Platz. Aber es hat auch nicht ganz gerecht, wo wir gesagt haben, boah, der war richtig gut. Bei ihm hat auch noch was gefehlt. Ja, ja. Es waren zwei Situationen, wo er den Pass durchspielen kann, wo er nicht angekommen ist. Oder wo er den Regensburger denn, ja. Also der hat so, ich fand in der letzten Saison hatten wir auch noch mal zwischendurch so Phasen, wo einzelne Spieler gewollt haben. Ja. So, und dann aber komplett hängen geblieben sind. Zu Anfang der Saison fand ich was gut. Gegen Ende der Saison war es Harid. Zwischendurch auch Mann und Suat Serdar. Wo du gemerkt hast, so die komplette Mannschaft hängt voll durch. Da geht gar nichts. Und so einzelne Spieler haben dann gewollt. Das ist für mich heute so ein bisschen Salazar. Ja. Salazar versucht, versucht, versucht. aber ist dadurch aber auch wenig eingebunden, sag ich mal, ins Spiel. Wenn jetzt nochmal die Mannschaft komplett mitmachen, dann wird er noch besser spielen. Dann würde man sagen, boah, Salazar ist super heute. Ja. Oder wie sagt er denn mehr? Wer saufen kann, kann auch mal hoch und gehen. Ja. Aber die Hände wurden schon eingebricht, ne? Und das ist ja mit dem Spiel, hast du ja mit dem Neustau gemacht. Flo Flick gehört auf den Sechser oder Achter. IV ist nicht seine Position. Ja, jetzt wird immer klarer, ne? Flick wird immer klarer. Das ist für mich ganz klar ein Sechs. Also kein Innenverteidiger. Das sagt man schon seit, weißt du, die ersten Spiele haben wirkt ja schlecht. Aber weißt du, was mich nervt? Ich finde, das hast du bei Flick jetzt genauso wie bei einem Bostuan zum Beispiel auch. Bostuan hab die ersten Spiele super geil gespielt und danach kam der Knick. Oder auch bei dem Kotuchu. Die ersten Spiele super gewesen, dann kam der Knick. Jetzt hast du das bei einem Flick. Also auch dann immer... Dann auch so krass dann, weißt du... Ich finde, die sind noch zu jung und haben dieses Selbstvertrauen auch selber. Die sind noch irgendwie zu jung. Finde ich. Dieses Charakter. Und sie sind zu früh reingeworfen? Zu früh ins kalte gebrochen. Zum Beispiel Kotuchu. Da war eigentlich die Saison Wallet, wo der reingebrochen wurde. Das war auch keine gute Saison. Das war unter Tedesco, wo er ein Vierzehnter war oder so. Da war der auch ins kalte Wasser gebrochen. Da waren wir auch nicht gut. Da haben wir auch keine gute Saison gespielt. Da kam auch nichts von der Mannschaft. Da haben wir den eingesetzt, weil die Stürmer ja nicht gut waren. Durch Burgstaller, Antisante und so. Dann musste Kotuchu immer in den letzten zehn Minuten das komplett gespielt haben. Genau. Bei David Wagner. Der hat immer nur die letzten fünf Minuten gespielt. Das war nicht Quatsch. Aber du musst jetzt gut. Ja, ja. Die Eltern müssen dann auch gut. Ja. Falsches kommt? Ja. Kommt schon nochmal. Gehen wir an. So, ich habe mich wieder beruhigt. Bin wieder da. Und gleich kannst du dich schon wieder aufregen, oder? Ja, vielleicht gewinnen wir jetzt. Vielleicht holen wir jetzt. Ah, guck mal wer da reinkommt. Es kommt ein neuer Spieler rein. Unser Itakura. 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 Jetzt bin ich. Itakura kommt. Ich finde, der soll für Flick reinkommen. Ich denke mal. Der Itakura wird jetzt eingewechselt, aber ich bin gespannt für wen. Ich gehe auch davon aus für Flick. Der wirkt gar nicht sicher heute. Ich sehe keinen Flick. Genau. Ich denke mal Flick. Ich sehe keinen Flick. Ich sehe den Flick nicht. Ja, guck mal. Jetzt schau mal mal. Denn da liegt immer rein, wird er kaputt. Ja. Ja. Ich hab noch mal was. Für Blütschirms. Wer macht der den? Ja. Der spielt gleich selber. Guck mal. Also jetzt muss in der zweiten Halse was gehen. Ach. Dann kommt der. Wollen wir das? Ja. Ja. Kann auch sein, dass er auf die Sechs spielt. Vielleicht stellen wir nochmal um. Kann ja der auch, ne? Vielleicht. Ja. Der kann auch Sechser spielen. Mal schauen. Jetzt bin ich gespannt. Früher. Ja. Früher. Uchi. Einer. Jetzt kommt wieder Corona. Hm. Und vielleicht dann noch so die letzten 20 Minuten zwei Offensive. über Hoppe oder Schulinghoff. Würde ich einsetzen. Da sagt er. Ich finde offensiv ist zu wenig. Das sagt der Stefan Hünkelheim. Spricht Büskens Japanisch. Weiß ich nicht, ob der Büskens Japanisch mit ihm jetzt redet. Aber. Wir waren ja schon so oft auf Tour in Asien da. Aber. Ich denke mal Englisch. Ich gehe mal davon aus. Englisch. Das ist die Hauptsprache, ne? Er hat ja glaube ich auch bei Manchester City gewesen. Muss er denn die Barski holen? Ja. Auch der Dramotz ist erklärt, der Nitakura. Ach, da ist er. Sag mal. Komm Nitakura an. Du machst das heute. Für wen kommt der rein? Ich denke mal für Flick. Für Flick. Flick habe ich gar nicht gesehen. Wobei der rein kam. Ich denke mal, der kommt für Flick. Genau. Hätte ich nicht gedacht. Seid ihr euch sicher, dass das was bringt, die Auswechslung? Ja. Also jetzt erstmal gucken. Flick ist safe oder was? Ich flicke mal. Ne? Weil ich habe ihn nicht auf dem Platz gesehen. Ich hatte die Nummer 17. Der ist die 17, ja. So war er? Ich denke mal Flick. Ja. Also fand ich auch richtig. Ich habe nicht gesagt, Flick muss raus. Aber normalerweise muss doch jetzt ein Offensiver da noch rein. Würde ich auch. Nicht, dass der jetzt weiter mit der Fünferkette da rum tingelt. Ich vergiss nicht. Der Nitakura ist durch mich noch mal engagiert. Ja. Warte. Ja, der wird gut. Der ist gut. Ich habe richtig Bock auf den. Da habe ich wirklich Bock auf Nitakura. Ja. Da hat einer geschrieben, ob der Büschlitz mit dem Japanisch redet. Aber ein Fußballer weiß, wie man auf dem Platz redet. Der geht auf. 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 Ich habe nicht von ihm so viel erwarten, weil er war jetzt verkürzt worden. Bin ich auch nicht. Nee. Aber ich bin gespannt, was er damit bezwecken will. Ja. So. Es geht wieder weiter an. Kann nur besser werden jetzt, ne? Ja. Ja, sicher. Ja, da lassen sie jetzt den Ball laufen. Ich bin wirklich überrascht, dass du jetzt sogar sofort in der zweiten Halbzeit bist. Geh drauf. Geh drauf. Jetzt mach hier unten zu auf. Direkt zu machen. Ja, ja, ja. Jawoll. Unser. Komm. Jawoll. Und macht der. Was macht der denn da? Mein Gott. Ey, Mann. Das ist nach vorne. Ey, meine Hut tickt hier rum. Sauber. Spiel. Jawoll. Jetzt aber. Spiel rüber. Schieß. Oh. Hintermann. Ey. Elfmeter? Nee. War schon mal besser. Mal nach Zoma. Guck mal ganz rechts. Der kriegt da nicht. Der geht aus. 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 Komm. Komm. Warte. Warte, warte. Wird nachgeführt. Nee, doch nicht. Nee, ich war doch nicht zu wenig. Zwann ein Zweikampf. den hast du da gesehen sauber kommt jetzt jawohl jawohl was war das denn mit dem vollspann durchknallen warum nicht mit vollspann in eine lange ecke keine ahnung vielleicht wollte er mit vollspann lange ecke geil abgelegt richtig stark aber warum nicht mit vollspann oh Leute wir kriegen Chancen hat keiner gesagt hat ein spaziergang wird kommentator ich habe immer das gefühl dass die irgendwas gegen schalke alle haben ohne bundesliga nicht lange da vorne nimm ihn mit der brust doch mal an so jetzt die schalker wieder auf die rechte seite aber das war schlecht zu ende gespielt wenn der ball mal kommt warum nimm die nicht mal auf die brust an lass ihn runter nimmst ihn an guckst aber nein sofort wohin köpfen aber unsere fans sind da siehst du die unterstützen die richtig gut muss man sagen hey super sehr geil ey Leute danke euch für 7000 Abos wirklich Glückwunsch Kiste Kiste klasse super haben wir die 7000 denkt daran nicht vergessen abonniert den wir wollen die 10.000 vollkriegen für den Königsblau TV Ende des Jahres 10.000 möchten wir haben so jetzt freistoß für schalke jetzt muss Oejan mal schießen so haben wir gegen Kiel das Tor gemacht so freistoß für schalke ball kommt hoch rein und da kam er noch fast fast schade siehst du wie gefährlich das wird genau wie bei Kiel ja deswegen sage ich Oejan muss die Dinger bringen so und da ist natürlich auch nochmal franceskos kanal lasst ihm unbedingt auch ein Abo da genau so macht Zulapp zu 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 dass er nicht spielen kann ja dann muss der lang nach vorne kommen er kann trotzdem da spielen ja wohl guck mal unser unser jawohl ey 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 achso boah man wollte schon sagen aber ich hab schon gesehen dass der da rauskommt ich hab ja gedacht da steht keiner jetzt kommt sauber lasst er den Ball gespielt das hat uns gett das war geil Kopf hoch Kopf hoch Drechsler holt er richtig gut den Ball wieder ja jawohl 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 jetzt geh 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 bei der Position kann man überlegen ist ja rechts ne das ist ja linke Seite und rechts im Schnitt dann wir auch ne danke euch Leute danke 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 für die Glückwünsche komm bitte lass doch mal ein Deal rein gehen ne ein bisschen weit ne 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 oro ne Schäbelkerze, Kerze, würde ich sagen. Ich hätte vielleicht einen Uso haben, manchmal Uwe. Ach, guck mal, und Brauersuchtturm, gratuliert für den 7.000 Abos, sehr, sehr geil. Also wie gesagt, Leute, schaut unbedingt dem Brauersuchtturm vorbei, lasst ihr auf jeden Fall Unterstützung da und nochmal Danke an dieser Stelle nochmal. Carsten schaut ja jetzt wahrscheinlich zu. Danke dir, Carsten, dass wir das hier machen, Dürken. Du siehst jetzt in der zweiten Halbzeit, wir sind aggressiver, gehen direkt rauf und wir gehen nach vorne endlich mal. So, hinten sicher stehen, ne? Jawohl, jetzt muss er wieder gehen. Raus! Schön, schön. Schalker sind jetzt wieder auf der Seite. Jetzt, 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 komm, jetzt, komm, jetzt, komm. Der Aurean marschiert über die linke Seite. Aber wo soll er jetzt hin? Jawohl, jetzt, spitz er, jetzt, spiel. Ja, ja, komm, jetzt, komm, jetzt, komm. Bring ihn. Ist hier weniger Tempo drin, schlanke. Ecke, komm, 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 Ecke, 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 naja. Ja, ja, Einwurf. So ist das gut, so, komm. Liebe Grüße auch an Katrin, hi, schön, dass du hier bist, sehr geil. Hallo, komm, Einwurf, Framstel, Kopfballverlängerung und Tirole macht das 1-2-1. Jetzt fehlt immer das Tor für Schalke, jo. Jetzt, Kopfballverlängerung. So, Einwurf kommt rein. Ecke, komm. Schade. Direkt zumach, warum haben die das nicht in der 1. Halbzeit so gemacht? Erklär mir mal. Schalke, wenn nur eine Halbzeit funktioniert hat, ne? Komisch, das ist. Manchmal 1. Halbzeit, manchmal 2. Guck mal, direkt zumachen, bevor er in der 1. Halbzeit spielen kann. Aber, okay. Unser. 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 Ey, das war doch gar nichts, ey. Er hat doch den Ball gespielt. 2-0. Okay, der hat den ja auch so runtergedrückt, ne? Das ist nicht immer das, ne? Ja? Nein, das ist nicht immer das, ne? Ja? Nein, das ist nicht immer das, ne? So, Freistoß für Regensburg. 40 Meter zentrale Position. Diese Scheißantäuschung rief mich schon auf. Ja, ne? Oh! Der ist drin. Dein Scheißtelefon. Was für ein Scheißtor, ey. 2-0. Wirklich 2-0. Dein Scheißtelefon. So ein Scheißtor. Ey, mach das Telefon aus. Ich hab jetzt gedacht, der verarscht mich jetzt oder so. Ey, ausmachen. Ausmachen. Das kann doch nicht wahr sein, ne? Guck mal jetzt, guck mal, guck mal jetzt. So ein Kuller drin, ne? Kein Absatz. Guck mal jetzt, der nimmt den an. Ausgerechnet in der Phase, ne? Ausgerechnet in der Phase. Einfach nur den Fuß dazwischenhalten, ne? Ärgerlich. Einfach ärgerlich. So, ja, Fuß dazwischenhalten, ja. Ja. Ja, das ist genau. Ja. Ganz ehrlich, haben die aber auch clever gemacht ringswo. Also das paar Mal am Sto. Ich glaub, da merkst du schon, ne? Der erste Platz ist ganz oben dabei. Da merkst du bei denen. Eiskalt. Ja. Ich hab ja gesagt, die sind effektiv. Effektiv. Die sind effektiv. Das ist das Problem. Scheiße. In einer guten Phase, wo du grad ein bisschen... Ein Tor müssen schließen. Damit wir nochmal... Hilfe, ey. Hilfe. Steve Breitkreuz, ey. Das ist ein Innenverteidiger. Ich sag dir, da ist keiner, der sechs, sieben Tore im Verteidiger trifft. Mit der Völk. Das ist ein Eimer, genau. Gott sei Dank, der würden wir noch fehlen heute. Ja, der wäre ja ein bisschen langsamer jetzt. Drixa, der künft auch richtig, ne? Ja, aber hinten... Hast du gesehen, wie wir hinten stehen da 2-0, der nimmt den Ball an. Drei, vier Mann um den... Grätsch doch rein, oder? Okay, nicht rein. Aber geh doch drauf und lass ihn gar nicht schießen. Das bekomm ich immer in der Kreise erklärt. Lass ihn nicht schießen. Nein, darfst du nicht. Hau den einfach um einfach. Okay, dann ist er später dann. Ja, aber außerdem, ne? Aber bevor er zum Schuss kommt, wo es gefällt will, hau den einfach um. Ja, irgendwas musst du mal Körper, irgendwas, aber nicht schießen. So ein cooler Ball ging richtig. Ach, hab ich 1-1 gemacht. Mein Gott, bin ich lost. Komplett lost, das war Wunschdenken, Leute. Das war Wunschdenken. 2-1. Oh Gott. Guck. Das war Glück. Schon das dritte Mal fast. Guck mal. Die sind jetzt ganz weg. Die sind jetzt außer... Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Wechseln. Du kannst 5 Mal Ausbezug. 5 Mal. Mach. Wechsel. Hau den Hoppe rein. 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 Hoppe und schuld ihn noch. Rein. Was hast du denn zu verlieren? Gar nichts. Vom Bild hab ich bis jetzt gar nicht gesehen. So richtig. Ich will den Bilder mal bei links gespielt sehen. Aber im Sturm ist der, da ist kein Stürmer. Guck mal, der ruft. Kommt doch hingegen. Guck mal, guck mal. Da ist kein Mitfeld, der bei hingegen kommt. Ich will den Ball haben. Nix. Null. Null. Guck mal, hast du gesehen, wie der Itakamura kam und sagt, kommt, kommt, kommt. Aber da kommt keiner. Da läuft aber auch und da kommt keiner hin. Jetzt Kaminski. Schön gesehen. Sehr schön. Was machen wir auf unserer rechten Seite? Unsere rechte Seite. Aber unser Lincoln hat es dort auch nicht. Aber du musst man auch Regensburg sagen, die laufen und kämpfen und rackern. Die machen alles. Wenn du oben stehst, hast du auch diesen Lauf. Guck dir schön vor. Dafür hat er Geld gekriegt? Ja, mit der Kura. Dafür gibt er Geld? Verstehe ich nicht. Der ist Geld. Ja. Ey, scheiße. Der ist gerade auf dem Platz. Ja. Aber da war doch nicht gelb, ey. Sorry, ey. Der kommt von der ersten Gurten. Das Spiel jetzt. Kannst du schon mal gut auspacken. Nein, nein, nein. Okay. Ist ja heute gar nichts. Das Spiel jetzt. Der hat aber gar nicht mehr einmal kommt. Hilfe, ey. Guck mal, die Wegsburgers. Die gehen auch richtig rein in die Zweikämpfe. Das, was wir machen müssen. Wir nehmen die Zweikämpfe nicht an. Ich sehe jetzt echt keine Chance. Guck mal, wie der freisteht. Ganz frei. Guck mal, wie der freisteht. Ganz frei. Die sind richtig geilig. Die wollen mehr jetzt. Wir kommen gar nicht mehr raus. Jetzt schon wieder in der Ecke. So, jetzt endlich. Juli noch kommt rein. Endlich. 30 Minuten ist gut. Der ist auch neuer. Der ist auch neuer. Der wird aus Stuttgart gekommen. Flügelspieler. Jetzt drauf. Geh doch drauf. Geh drauf. Jawohl. Wo spielst du? Nehm doch den Ball einfach an. Das ist sauer. Das ist Dreck. Der kommt noch zur Flanke. Guck dir. Ey. Wenn das so weiter geht, fangen wir uns doch ein. Das kann man sich immer mit angucken. Tut mir leid. Ne. Der gritzt sich immer an der Fikotil. Da macht man die anderen Smiley. Da sagt er, ne. Da wäre doch ein bisschen sui zufrieden. Da sagt er nicht. Da spielt ihr noch was. Da macht ihr doch schalte. Rausche. Rauschen, Rauschen. Raum bis weg heute. Ja, Rauschen raus, richtig. Ich glaube, der ist links besser, der Cholinov. Clever gemacht von Ciao, der hat sich einfach da reingeschmissen. Keine Bewegungen, der weiß nicht, wo der hinspielen muss, weil da keine Bewegung ist. Guck mal, siehst du? Keine Bewegung. So, jetzt bewegt dich, jetzt biete dich doch an. Mein Gott, nein. Der weiß nicht, wo der hinspielen muss. Jetzt geht rein, jetzt geht, jawohl. Jawohl, Cholinov. Über die rechte Seite kommt er in den Strafraum. Ecke, Ecke? Gibt das? Nein, keine Ecke. Aber ey. Machst du es hin? Direkt. Rechts und dann rein. Ecke. 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 Gew doctrine Sie also? Was? Unter dem Anfuth quarters. Keine Nummer unter dem Anfuth quarters. Also keine Nummer unter dem Anfuth Natural. Ein beliegt Abu Li Harbide Kingdom Nassfrage, das war überhaupt nicht. Und jetzt sagt er, so war der Grund, ja. Wir liegen 2-0 zurück. Keiner bietet sie an. 3-4, so ein kleines Siege gegen Sie. So, jetzt machen wir es. Ja, jetzt machen wir es. Wir ließen doch gar nichts, oder? So wird mir den Aufstieg überhaupt nichts. Soll man den nicht verklagen, oder? Schalten, verklagen? Ja, ja. Oder ist er schon vor sie laufen hier? Ja, ja. So, das ist ja der Tag, jetzt. Hört ihr schon zum Säufer? Vollkommen zurecht, ich bin ganz auf deiner Seite. Ja. So, jetzt? Da ist er! Ach, nein. Mann, ey! Hau den Hoppe jetzt rein für den Bülter. Wir schauen euch mal sehen, das ist ja nichts. Hau den Bülter raus und Tirol den Hoppe rein. Nein. Nein. So ist er. Kann ich mir Hilfe holen und da noch machen, da noch machen. Kann ich selbst eine Flanke geben? Nein. Aber jetzt wäre man genug bisschen vor der Rolle, oder? Nein. 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 Eine sauschwere Saison steht uns bevor, sagt Stefan. Das war mir klar. Das war mir klar. Ja. Das war mir klar. Mir war das klar. Ich hab ja gesagt an Zeit, dass wir nicht aufschreiben, weil die brauchen ein Jahr zusammen spielen, Dann im zweiten Jahr bin ich sicher, dass wir aufsteigen. Aber dieses Jahr ist dann ein Wunder, wenn wir aufsteigen. Ich sag ja, dann saug ich mir die Birne zu. Das habe ich gesagt. Das wäre ein Wunder, wenn wir diese Saison aufsteigen. Für mich. Ich gebe dem ein Jaar, dass er jetzt spielt. Nicht weglaufen. Warum läuft der denn weg? Guck mal. Da, Winter. Echte Ball. Schooon, Schrei dann, Aubian. Schuss. Bei uns geht das nicht. Bei denen. Drin ist er. Ehrlich. Bei uns wir haben... Meine Güte. Echt, das muss man auch erstmal sagen, Dings Truck ist immer... Ich liess mir tidakあり to 2020. Ich schieße nach der Geschäftsstelle. Jeder Gast, nützt man alles vor ihm. Schön. Das passt auch noch zum Spiel, verstehe ich mich. Hat er mir jetzt einen neuen Tag gebracht? Ich bin voll enttäuscht, der Maschinen eigentlich. Ich weiß nicht, ob er noch umsteht oder so. Warum? Nein, ich muss. Was ist los hier sehen? Ja, jetzt los. Der halbe Chat fordert schon wieder, Gramotz ist raus. Dann würde ich nicht sagen. Jetzt sofort, Gramotz ist raus, bringt doch nichts. Das sind die Spieler. Ich sag ja, lass dir erstmal, die brauchen ein Jahr, um sich einzuspielen. Aber trotzdem... Ich finde das so... Gramotz kann ja auch nichts dafür, wenn die in der Abwehr schlafen. Da kannst du als Trainer draußen machen, was du willst. Das sind auch die Spieler jetzt. Das sind auch die Spieler, die da nicht richtig hingehen. Nicht diese Konzentration. Ihr wisst ganz genau, die sind effektiv, haben die eine Torschance, da hauen sie rein. Die haben gerade so einen Höhenflug als Tabellenführer, einen Lauf. Ey, da musst du... Ey, dann geh, guck mal jetzt hier, das Tor jetzt zeigen, guck mal jetzt, was ich dir sage. Der nimmt den an, guck mal. Boah, alle stehen an und gucken zu, wie der schießt. Schiehst du? Guck mal, jetzt siehst du das besser jetzt. Vielleicht zeigen sie eine größere... Guck mal, jetzt guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Und so, und so, Alibi, so Alibi, Alibi. Geh doch da richtig hin, meine Güte. Der kommt ja nur flach rein. Ich hab immer wieder gesehen, diese Zeit... Da kann der auch nichts dafür, wenn die in der Abwehr so pellen. Auf Wiedersehen. Was? Das kann der auch nichts dafür. Das kann der auch nichts dafür. Ich weiß nicht, ob das bei denen... Ich weiß nicht, ob das bei denen... Ich weiß nicht, ob das bei denen... Vielleicht kommen die mit dem Druck doch nicht klar. Und wie gesagt, wenn du dann gegen Schalke spielst, wie Regensburg, wie Auge, Alter, das ist für dich ein Highlight. Du weißt ganz genau, da geben die nicht 100%, die geben 200%. Ja. Und du als Schalke musst dann mehr geben, dann musst du 400% geben. Ist so. Da ist... Da ist... Guck, guck mal... Wir müssen jetzt irgend wieder 2-1 machen, da wo noch mal Energie rauskommt, aber... Aber... Wir sind schon wieder eingebrochen nach dem Gegentor, dann passiert wieder nichts. Kann der eine sagen, meine Güte. Wir wollen sich damit alle nur um die Schalke durchsetzen. Wir wollen sich selber alle bereichnen. Da hätten wir wohl wieder gesehen und wir gehen nach unten. Home-Tracker. Mach doch... Hochköpfen nach... Zum Aus. Einwurf. Ja, du hast die Chance gemacht. Du kannst... Köpfen dann einfach nach ganz weit nach außen. Ah, ok, nee, da stand ja einer. Schon gut, alles klar. Alles richtig gemacht. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Da stand ja einer. So, jetzt Eckpark für Regensburg. Der hat immer kein Wut gemacht, der damals... Das hat den Vertrag hier... ... mit dem... ... mit dem Bouti gemacht. So, Körper, ja. Auf den ersten Pfosten. Weiterhin sind die Regensburger. Ball kommt rein. Fährmann leitet das Ding über die Latte. Naja, aber auch nicht sicher. Aber lieber so, als wenn du versuchst da... Ja, komm, gefährlich, ne? Hat er alles richtig gemacht. Ja, guck mal, der ist auch rückwärtsfallen. Wenn er ihn in die Hand nimmt, dann fällt er... ... ins Tor. Muss er machen. Muss er so machen. Richtig. Und sonst heißt das wieder, warum hält der Ferner? Warum faust der nicht weg? Geh doch richtig hin. Jawoll. Ach, da steht ja keiner. Da steht ja keiner. Da steht ja keiner. Warum steht der, ey? Mein Trainer hat früher gesagt, du als Stürmer... ... nicht ich als Stürmer, den Stürmer... ... bei einer Ecke bleibst du vorne. Genau. Bleib vorne. Nicht, dass du mir noch hinten im Strafraum sitzt. Weil bei einem Kontermilchgrad... ... haben wir ja keinen vor. Ich weiß, Tirol ist Kopfballstatt. Aber dann tun andere ganz vorne hin für den Sturm. Oder schon genug, bleib vorne. Du bist schnell. Nein, da steht gar keiner vorne. Wer ist er jetzt? Ich mache meine Probe, weiß ich. Jetzt kann ich zum ersten Mal eine Runde. Wechsel doch weiter aus. Nimm den Hauptverein. Was willst du da noch verlieren? Ach, ey! Hör auf jetzt! Ja, Tirol, ey. Das ist heute ein Scheißspiel, ey. 3-0. 3-0. Ich habe ja was gehört, dass... 15 und 25. Aber da steht 15 und 25. Ja, das ist schon wieder Standard, oder? Ja. Ja, wie. Ja, das ist so viel. Ja, das ist so viel. Ja, das ist so viel. Ich hätte nur Scheiß, der da drin, wenn da ist. Ich hätte für... Oh, warte, ein Koffer, ne? Toch, ne? Toch, ne? Oh, Gott. Schon wieder drei Tore rings, komm. Ja, das ist selben. 3-9. So. Äh... Ich gebe euch mal einen guten Tipp. Mach dein Handy aus. Ja, du willst doch auch den Ton ausmachen. Nee. Seid bitte ruhig. Hilfe, ey. Ball kommt auf den kurzen Pfosten. Der Stürmer köpft den nicht allein. Ich kann der frei sein. Ins kurze Eck. Der Kurze steht da. Ich kann sie doch mal nicht angreifen. Nein. Nee. Na, kommt da nicht rein. Der hat sich da zwei reingestellt und... Drei... Nee. Doch. Drei los. Da muss die Takura den irgendwie stören. Ja, das ist ein Wahnsinn. Warum sind die so frei? Erklär mir mal, warum die im Strafraum so frei sind. Erklär mir das mal. Oh, hunder, oh, hunder, oh, hummelhunder. Das war's. Ich bin ein paar Jahre alt ... Ja, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Wenn man heute keine Schlöpfe gibt, er unten muss werden, um die Schnauze zu verlieren. Dass du keine Schlöpfe haben willst. Er hat auch noch eine Schlöpfe. Ihr müsst nach vorne spielen, nicht nach hinten. Dann schauen sie wieder hin, dann rutschen sie wieder aus. Da habe ich auch keine Worte mehr für. Ganz ehrlich, 3 zu 0 gegen Regenburg, bitte nicht. Aber ich habe es gesagt, sie sind effektiv. Die Duos aggressiv. Lass sie gar nicht im Spiel kommen, gar nichts machen. Und die dürfen, wenn die eine Torchance haben, die hauen dir die Dinger rein. Guck dir das mal an. Hast du gesehen? 3 zu 0. Ja. Und ich hätte sie wirklich verhindern können. Das 1 zu 0 war geschenkt, das 2 zu 0 war wieder geschenkt für mich. Das ist vorbei, das Spiel ist vorbei. Das war schon seit dem ersten 0 war ich vorbei. Nein, aber der 2 zu 0 war der Genickbruch. Und jetzt der 3 zu 0 ist ganz vorbei. Jetzt glauben die nicht mehr an sich? Gar nichts mehr. Guck. Robert, der mastiert einfach so durch. Wenn es nicht läuft, kriege ich mal noch daneben. Wenn es nicht läuft, kriege ich mal noch daneben. Das war der erste 0 und der letzte 0. Dann komme ich nie wieder. Da haben wir Fußball nichts mehr zu tun. Der hat schon liegen draufsteht. Oh, Feier. Oh, Feier. Überleg mir einmal. Guck mal. Was sind die schon wieder? Wieder die Möglichkeit für Regensburg. Und dann, weißt du? Ich weiß, ich weiß. Das Bild war doch breit unten. Hab ich den noch gerade gesehen, ey. Ich will ja nicht sagen, weil wir früher wären. Mann, dreh noch mal so auf. Der bewegt sich ja noch. Absolut. Der zuckt noch. Brutal. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wir haben uns... Du kannst ja nicht mal... Du kannst ja jetzt nicht mal sagen, ey. Was haben wir da für eine Truppe zusammengestellt? Das ist eine gute... Das ist eine gute Mannschaft, die wir zusammengestellt haben. Hilfe. Hilfe. Das ist Kopfsache. Hilfe. Das ist Kopfsache. Das ist Kopfsache. Das ist jetzt. Ja? Nein, nein, nein. Hat er nichts gesagt? Scheiße. Guck mal, guck mal. Der kann schießen. Boah, der läuft so durch. Das ist... Du hast auch keinen Spieler, der dich in deinen Arsch trittet jetzt. Du hast auch keinen. Alibi. Hast du gesehen? Vier Mann. Vier Mann. Jetzt, guck mal. So, jetzt. Zweite Hälfte. Drecksler. Kämpft schon gut. Ein, zwei, drei. Nur vier Mann. Wo soll er ihn spielen? Ja. Ja. Komm mal hin. Und jetzt ist er wohl weg. Aubian Hülter. Hä? Was ist denn jetzt? Nur weil er ist denn jetzt? Da liegt ja einer auf dem Boden. Drecksler. Ja. Ja. Gelbe Karte? Ja. Ja. Ich kann nicht... Oh, wie viel Geld. Ja, hab ich gar nicht gesehen, was er gemacht hat. Ja, ne? Ja, ne? Helmut, hallo Christi. Welche gute Truppe meinst du? Ja. 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 Jetzt die Antwort. Jetzt möchte ich diese Antwort sehen. Welche... Ich hab nichts gemacht. Dann sag ich meine Mama. Oh, fuck ey. Und die sagt das nochmal. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Wie kann der zum Kopf voll frei sein? Guck mal. Wie kann der... Wie kann der da frei sein? Aber der hat den super... Der hat den auch super geköpft. Guck mal. Aber trotzdem darf der nicht zum Kopf... Nee. Vorher. Und warum? Weil der... Weil die die Corona-Regel anhalten. Ja. Die halten den Abstand. 1,50 Meter. Ja. Aber ich glaub, die Absprache... Wer bleibt bei... Jeder hat doch eigentlich einen Mann. Ey, pass auf. Du bleibst bei denen. Du bleibst bei denen. Da muss doch einer reden. Ey, du bleibst bei denen. Du bleibst bei denen. Jeder hat seinen Mann. So, da kann er nicht frei sein. Ey, Kreisliga, ne? Du bleibst bei denen. Und wenn er sieht, dass du nicht bei ihm bleibst... Dann wirst du angeschrien. Ja. Schiedsrichter bei denen. Und wenn er zweimal nicht macht. Oh, 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 oh. Der Trader will mich sofort so... Ich spiel das alles gut. Ich spiel mein Geld. Nee, du bleibst mit deinem Geld. Nee, du bleibst mit deinem Geld. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Nee, hey! Nee, nee! 3-1! 3-1! Das war aber nicht. Ich spiel das nicht. Ich spiel das nicht. Ich spiel das nicht. Ich spiel das nicht. Habe ich Ihnen gelassen. Ich habe wenig gelassen. Aber ich spiel das nicht. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Remo am Terror, ne. Immer noch so ne Bude, aber... Wel denn sonst? Jetzt gibt er noch Abseits. Kja, ich bin mir jetzt noch ein Neues! Wir haben ein Tor geschossen. Das ist kein Absatz. Aber bei Torole... Ja, aber kein Absatz. Absolut nicht. Scholinoff. Die Vorlage. Scholinoff. Scholinoff. Aber Anton, mach mal bitte auf lautlos. Du nimmst uns die ganze Spannung weg, ey. Die ganze Spannung hat er uns weggenommen, ey. Das war echt scheiße. Die ganze Spannung nimmt er mir hier weg. Ja, ich auch, ey. Mach mal schön aus. Der wird noch schnell 1-2 machen, ne? Kann doch noch Spannung werden. Ein 3-3 will ich aktuell jetzt mitnehmen. Ja, 3-3 will ich. Aber wen hat er jetzt da gesehen? Ui, ui, ui. Ich glaube, langsam stellen sich Hitten rein, die Ringsburger jetzt. Nein, die stellen... Die glauben mir, die spielen weiter. Die spielen weiter ihren Ball. Die spielen weiter ihren Ball. Die spielen weiter ihren Ball. Ja, das war auch wenn ich keinen Kopf habe. Ich hätte ihn gerne noch drinne gesehen. Ja. Aber Freistoß. 9, 6. Ich hab ja nur gesagt, bei 11 Meter liegt. Das ist ein Schlafstoß. Ja. Und das andere, das Freistoß, ist nur... Hoppe. Hoppe, bitte. Hoppe. Hoppe, bitte. Warum nicht? Warum wechseln wir nicht aus? Sag mal. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Warum wechseln der nicht aus? Und dann soll sich fragen, warum viele wollen, dass der Gramozis geht. Also, die wechseln bis jetzt von Gramozis... Sieringer. Auch. Der wechseln auch nicht. Ja. Aber ich hab nichts von dem gesehen. Ja. Ich hab lieber den Hoppe gesehen jetzt. Ich hab ja nicht... Rekalof. Rekalof kommt aus. 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 Dann tut er nicht den Hopper rein. Sorry, dann will ich den Hopper rein. Hopper auch mit rein, fertig. Ob du 4-1 verlierst oder versuchst da 3-2 zu machen? Du hast ja auch wieder gesehen. Wer hat das Tor vorbereitet? Der, wie heißt das? Schullinger. Genau, der Flügelstürmer. So, Zeit. Kaum hast du da einen auf außen, gibt es auch eine Vorlage für Terrore? Zack, das Regen geht rein. Ich glaube, wie aggressiv die weiterspielen, die Regens, weil das ist... Ich glaube, der Copper auch immer rein. Nein, den Hopper tut er immer rein. Ah, ja. Gegen Regens. Und wieder lang. Hier ist doch eine Tor, das musst du da auch festlegen, ne? Wie eklig, ist denn richtig ruhig da? Jetzt noch ein Droschensmüll müssen wir machen. Fahrer, zieh doch mal an. Die, die, die. Boah, wenigstens kam da noch mal ein Lebenszeichen mit dem Tor, ey. Nein, ne Güte. Fandst du da, dass das ein Lebenszeichen ist? Wenigstens, ganz ehrlich. Ein Tor, ne? Einfach sich jetzt so 3-0 oder womöglich 4-0 abschlachten lassen? Nee. Egal, 3-1 oder 3-0, Niederlage ist Niederlage für mich. Ja, natürlich ist das eine Niederlage. Aber wenigstens hat Ramonzes jetzt die Möglichkeit daraus zu lernen. Er hatte nach und wieder drei Stürme auf dem Feld. Cholinov hat das Ding vorbereitet für Terrore. Zack. Ja. Dann stell doch beim nächsten Mal bitte direkt im 4-3-3 auf. Mein lieber Freund. Oder 4-4-2. Ist egal. Außer die Viererkette. Oder die Viererkette. Wenigstens mit einer Viererkette spielen. Diese Dreerkette. Ich hoffe, er sieht das mal an, dass der Flick kein Innenverteidiger ist. Die Köpfe sind gesunken. Siehst du? Es ist keinem Aufbau und sagen, komm ey, wir haben noch 6 Minuten. Komm, komm. So. Päckfische. Schafft man sowieso nicht. Wie kann man den da so freilassen? Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. 4-1. Was ist denn mit deinem Telefon? 2-2. 2-2. Ich hab' den so krass gespielt. Was war einfach dumme Päa. Hab' den einfach gepennt. Ne. Ich hab' nicht gewusst, dass sie eine Schörte kriegen. Ich hab' aber nicht dran mehr geglaubt. So. Die sagen wiederhin, der soll bei seinem Ohr halt. Oh. Die sagen doch schon gar nichts mehr. Und jetzt wieder die Kontergelegenheit. Guck mal, wie die alle nach vorne laufen. Die laufen und laufen und laufen. Jetzt, jetzt, komm. Piring, ey. Mach den Tempel wieder an. Dann haben wir ein bisschen aufgemacht. Ja. Dann ist auch schon vorbei. Ne, sieh noch mindestens fünf Minuten. Mal. Ja. Drei Minuten so, zwei Minuten nachstehen, dann kommt. Viel zu sein. Ja. Seid oben. Ach. Ja. 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 Boah, die gehen da gar nicht mehr. Abseits. Kann gar nicht. Irgendwie fehlen ja die Woche. Ja, aber willst du ja mal sagen. Okay. Ich glaube heute auf dem Geburtstag wird Frust gesoffen. Frust saufen. Wenn ich nicht mit dem Auto hier wäre, ich würde jetzt schon. Klasse, ich penne auf der Bank da. Ja, genau. Ja. 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 Man muss auch Regensburg Respekt zollen. Klasse, Klasse gemacht, Klasse gemacht. und verdient der Tabellenführer. Ist so. Ja, ist wirklich so. Du hast von Anfang an gemerkt, dass sie extrem viel Selbstvertrauen mitgebracht haben. Die haben Selbstvertrauen und du siehst, wenn die den Lauf haben, aber du siehst von Anfang an, die waren gierig, die waren gierig. Die Zweikampf, schon das Zweikampfverhalten bei denen hast du gesehen. Die wollten, die wollten gewinnen, die wollten unbedingt sagen, Schalke, pass auf, hier hast du nichts zu holen und das haben die gezeigt. Die haben echt kombiniert, die Schalke. In der zweiten Halbzeit die ersten 5 Minuten, da habe ich gesagt, boah, ja, jetzt und dann kriegst du den unter. Wenn die so weiterholen, aber da kannst du eine gute Saison für die werden. Aber die haben ja gesagt, der Trainer hat gesagt, wir spielen gegen den Abstieg, wenn wir die Punkte holen, dann schauen wir, was noch möglich ist. Wir wollen schon auf das Spiel kommen. Nicht direkt Aufstieg, Aufstieg. Nein, Aufstieg. Spiel zum Spiel. Das hat man bei uns auch sagen können, aber dann Aufstieg. Schon mit dem Transfer, Aufstiegsklausel. Der wird gekauft, wenn ihr aufsteigt. Das ist schon Druck. Ja, aber das ist wieder was anderes. Du musst ja eine Option haben, um den zu kaufen. Das ist schon Druck, weißt du? Ich habe von Anfang an gesagt, wir werden dies Jahr nicht aufsteigen. Das ist eine Lernphase, weil zweite Liga ist nicht so einfach. Die werden alle gegen Schalke, nicht 100 Prozent gehen, 200, 300 Prozent. Alter, das ist ein Highlight für diese kleine Mannschaft gegen Schalke. Wir reden jetzt nicht von Düsseldorf oder Bremen in Hamburg. Wir spielen gegen Regensburg. Wir spielen dann Dreck. Haben doch alle die Pinden. Boah, Alter, du. Gegen Auge zu Hause, unentschieden in Regensburg verloren. Zu einem Spiel lief man bis jetzt gar nicht. Oh, wie sehr schön. Wenn du siehst, wie du gegen Kiel geworden hast, war ja auch nicht berauscht. Das war einfach nur Glück. Kiel ist mittlerweile auch nicht gut drauf. Oder wir waren effektiv diesmal. Für Regensburg auf jeden Fall. Aspekt 12 zu 1. Regensburg. Toll ist bei uns. Was willst du dazu sagen? Ich habe die Schnauze voll, sage ich dazu. Ganz L.A. Tut mir leid. Bei der Reisung gegen Düsseldorf. Wir haben doch keine Ausrede mehr. Wir haben eine super Mannschaft da stehen. Und die Mannschaft bringt ihre PS gerade nicht auf die Straße. Wir haben jetzt mittlerweile sogar eine richtig gute Bank. Hilfe. Hilfe kann ich da nur sagen. Wenn ihr gegen Regensburg verliert, dann haben die vielleicht mal einen guten Laub. Aber war 4-1. 4-1. Wir gucken, was der Grammar zu sprechen hat. Wir gucken, ob wir hier noch ein paar Gurken haben. Hm? Ein paar Gurken. Also heute war das echt... Für dich gibt es eine andere Obstsorte. Wo waren da die Leute nach vorne? Wo war die breite Brust der Mannschaft? Ich habe da nichts gesehen. Hilfe. Da gibt es keine breite Brust. Vielleicht ist das so. Viele erwarten zu viel von den Spielern, die wir geholt haben. Wo wir sagen, die sind top, top. Ich erwarte, dass sie nicht 4-1 verlieren gegen Regensburg. Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ehrlich. 4-1. Ich habe mit einem engen Spielbärchen, aber nicht so. Ich habe gesagt, Schalke, mal auch richtig drüber zeigen, dass wir jetzt gegen euch vielleicht gewinnen können. Nach den drei Spielen von Regensburg. Das hat aber auch... Sorry, also ich finde, das kann nicht immer alles auch nur vom Gegner abhängen. Natürlich hat Regensburg einen guten Lauf. Natürlich sind die extrem gut drauf. Aber so wenig nach vorne hin zu machen, so wenig... So leicht die Bälle abzuschicken. Du kannst auch nicht sagen, das hat jetzt mit dem System zu tun. Regensburg war... Geilig. Die wollten zeigen, pass mal auf Schalke, das ist unser Spiel gegen euch. Wir haben sich alles reingeschmissen. Alles. Das ist in der Birne der Mannschaft. In der Birne der Mannschaft. Wir haben sich alle reingeschmissen. Du hast gemerkt, beim Schalke kam nicht mal zum Schluss. Schießen und dann kommt immer eine. Ich sage immer wieder, jedes Mal, das ist Kopfsache. Auch im Spiel Kopfsache. Und wir müssen der Realität mal ins Auge sehen, dass wir dieses Jahr nicht da oben um den Aufstieg mitspielen. Diese Mannschaft muss ich erstmal wirklich finden. Finden. Und da brauchst du wirklich Zeit, aber nicht so. Nicht so. Lasst mich nicht aufregen, weil ich kriege schon... Ich muss meine Wut, ich schwöre noch unter Kontrolle. Ich weiß nicht, ob ich gleich im Auto noch auskippe, aber ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann hier zur Zeit, sorry, mir fehlen einfach... Ich bin... Ich stelle die Gläser schon mal nach dir. Ich hoffe, wir haben kein Gemüse hier. Nein, nein, nein. Aber ich bin wirklich... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Ja, ich kann ja auch nur sagen. Ich habe da kein Verständnis für. Also, gegenüber der Mannschaft habe ich null Verständnis. Ehrlich gesagt, ich habe auch Kramotz gegenüber wenig Verständnis, dass er wieder angefangen ist in der Fünferkette. Check ich halt nicht. Muss man irgendwie auch mal daraus lernen, finde ich. Aber, Hauptproblem, Hauptproblem ist die Mannschaft, die irgendwo eine Blockade irgendwo in der BNR drin haben muss. Frag mich nicht, woran es liegt, ob die zu viel Druck haben oder was auch immer bei denen da gerade los ist. Ich gehe davon aus, die kommen mit dem Druck nicht klar. Ich gehe mal davon aus, weil die ganzen Mädels, jeder sagt, Schalke ist der erste Aufschichtskandidat. Ist so, weil wir Schalke 04 sind. und vielleicht viele Spieler, die neu sind, die kommen mit dem Druck vielleicht wirklich nicht klar. Die sollen mal intern reden, auch hier unser Sportvorstand, auch sie haben, ey, pass auf, wir wollen dieses Jahr gar nicht aufsteigen. Erstmal eingespielte Mannschaft, so und so. Ihr könnt frei aufspielen. Wichtig ist, wir steigen nicht ab. Wichtig ist, wir bauen eine Mannschaft zusammen für das nächste Jahr, dass wir dann um den Aufschirm spielen. Aber dieses Jahr, nein, das ist hier Kopfsache. Da ist viel Kopfsache auch. Und du hast Spieler, guck mal, Rampfte, Oberjahn. Jetzt langsam sehen wir, am Anfang waren wir begeistert und jetzt kriegen wir mit dem Hammer auf die Birne. Ich sage nichts über Rampfte, weil ich habe den nie spielen sehen, deswegen kann ich den nicht Bouta und bisher habe ich nichts gesehen von dem. Vielleicht kann der noch kommen, vielleicht irgendwann mal. Oroian, alle haben den gelobt, die ersten zwei, drei Spiele. Ich habe den auch gelobt, aber jetzt kommt auch nichts mehr so besonders. So, Terode, wenn er vorne keine Bälle kriegt, hat keinen Sturmpartner. Das siehst du, wenn du Terode nicht trifft, wer macht die Tore bei uns? Wer schießt da ein Tor? Bouta ist kein Stürmer. Bouta kann nicht diese Wege machen, wie ein Stürmer das im Kopf hat. So, ich habe gesagt, Terode müssten wir mit dem Hoppe vorne spielen. Vielleicht ist das was anderes, dann wirklich auf der Viererkette. Aber heute hätte auch, glaube ich, die Viererkette nichts gebracht, glaub mir. So wie die Einstellung war, hätte die Viererkette, bin ich davon überzeugt, hätte er da auch nicht gebracht. Weil da war kein Aufbau und gar nichts. Nur ich habe so viel Zähne gesehen, die einfach nur hinterher gelaufen sind. Boah, ich bin echt weiß, ey, der ist... Wobei, ich weiß nicht, dass mit der Viererkette, will ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube, der Knackpunkt war, dass wir erstmal schon wieder ein Gegentor bekommen haben. Watschern. Ja. Und wer hat den Fehler gemacht? Und warum lässt er den wieder in der Innenverteidigung spielen? Das ist ja auch wieder eine Frage des Trainers. Warum lässt du einen Flip wieder in der Innenverteidigung spielen, wo du gesehen hast, dass er oft Fehler macht, dann riskiere ich das doch nicht. Dann riskiere ich das doch nicht. Nein, tut er den wieder. Das sagt man schon, nächstes Spiel, man will ja mit dem Viererkette probieren. Weil das heute mit der Viererkette gar nichts zu tun. Aber du machst dem Jungen auch keinen Gefallen, den Flick. Er liebt einfach seine Viererkette und er will genügend Spieler dafür haben. Deswegen will er Flick ausbilden. Warum willst du ausbilden, wenn du jetzt Innenverteidiger wiedergeholt hast? Ich sag's nur, ich frage ihn. Achso, halt einen 1-6er mehr. Wir haben dann 2-3-6er. Ciao, Innenverteidiger. Wouters, Innenverteidiger. Kaminski, Innenverteidiger. Jetzt hast du Itakura, Innenverteidiger. Du hast den Bäcker, kannst du mit in der Innenverteidigung spielen. Dann hast du noch den Sachner, der noch verletzt ist. Du hast 6 Stück. Wie viele Innenverteidiger willst du denn noch haben? Da hast du lieber 3-6er anstatt 6 Innenverteidiger. Oh Mann, ich bin nie. Ich wünsche mir noch schönen Tag, ne? Dir auch. Schönen Tag. Schönen Tag. Ah, der ist Tag. Ich weiß nicht, ob der noch schön ist. 4-1. Kriegst du mal mehr, dann bin ich natürlich. Tschüss. Ja, ciao. Glück auf, Cassie, komm, erst in der 70. Minute zu, was war heute los, hatten wir keine Chance. Nein. Hatten wir eine Chance heute? Nein. 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 Regensburg verdient geworden, auch in der Höhe. Absolut verdient. Auch in der Höhe. Auch in der Höhe. Kann man sagen, auch in der Höhe. Effektiv waren die wieder auch. 5-6 Mann können sogar. Der Fährmann und der Paul sind da, die eine Rettungsaktion gehabt, jetzt auch da noch. Wir haben gar nichts. Eine Torchance? Das Tor? Ja. Hatten wir eine Torchance? Hatten wir noch eine Torchance? Ich kann mich nicht erinnern an eine richtig gute Torchance. Außer das Tor, was wir gemacht haben. Ansonsten. Du hast gesehen, die waren geil, ich Regensburg wollte. Alter, das ist echt nicht. Paul, das ist ein Wochenende. Gelaufen. Fri heute den ganzen Rausch, ich glaube, du verlierst 4-1 gegen Regensburg. Spiel zu Hause gegen Aue 1-1. Hast nur 4 Punkte. In 3 Spielen, ja. Jetzt bist du mit 4 Spielen, nur mit 4 Punkten, das ist nichts. Was sagt denn der Chat zum Spiel eigentlich? Offensivspiel-Katastrophe, sagt Oliver. Absolut. Absolut. Nicht nur in der Defensive, auch in der Offensive. Es ging ja so gut wie gar nichts nach vorne. Entsetzung pur, sagt Udi, ja, für mich ist es auch tatsächlich so, dieses, ganz ehrlich, okay, meinetwegen verlierst du gegen Regensburg, so, ne, weil die einfach einen guten Lauf haben. Oder die Art und Weise. Genau, genau. Da wir einen richtigen Fight gezeigt haben, aber Hilfe, nee, sorry, da muss ich wirklich sagen, das war nicht, nicht konkurrenzfähig gegen Regensburg heute. Mir fehlen die Worte, weil ich finde, wir müssen uns auch wählen, weil die so anstrengend haben, wir überhaupt so ein Mittelfeld sind, finde ich. Das Problem war heute für mich auch, das Mittelfeld, das ist, du, ich sag mal so, ich sag immer wieder, das Herzstück in einer Mannschaft ist immer für mich das Mittelfeld, weil wenn das Mittelfeld nicht läuft, hat die Abwehrprobleme. Und das war heute wieder so. Das Mittelfeld, wenn die Abwehrspieler mal den Ball hatten, wie, hab ich dir vorhin auch gesagt, so, der Abwehrspieler hat den Ball, so, will irgendwo anspielen und die ruft, der ruft schon, der auch Hitakura oder der Kaminski, kommt mal entgegen, kommt mal entgegen, da kommt dir keiner entgegen, was machen wir? Ball nach vorne. Und das war's. Das ist unser Fußball. Das ist unser... Vor allem, wie Regensburg heute auch Druck gemacht hat. Aber bei Regensburg hast du gesehen, wenn die Mann Konter hatten, wie die marschiert sind, das ganze Mittelfeld mit aufgerückt. Ja. Wenn sie den Ball verloren haben, das ganze Mittelfeld wieder automatisch nach hinten gelaufen, gesprintet. Ja. Und bei uns, wir gucken zu, spazieren. Ich frage die mal, ob die nächstes Mal Kaffee und Kuchen haben wollen auf dem Platz, damit die auch noch ein bisschen quasseln können mitten im Spiel. Wenn du das bei Regensburg gesehen hast, wenn einer den Ball hat, dann ist die gesamte Mannschaft mitmarschiert. Das hast du gesehen, dass es eine Einheit ist. Bei Schalke hast du teilweise gesehen, beispielsweise Salazar hat den Ball, es bewegt sich keiner. Es bewegt sich keiner. Die Außen, der Ramfte und der Oberjahn, der ist auch nur... Der ganze Mittelfeld, das ist... Ich weiß nicht. Entweder der Mittelfeld passt nicht zusammen. Also da muss man der Mannschaft jetzt nochmal kurz so gut erhalten. Klar, da ist Regensburg einfach eingespielter. Da haben wir halt ein komplett neues System. Das finde ich, ist schon in gewisser Weise so. Nur dennoch denke ich, dass wir uns nicht so präsentieren können. Nicht mit der Qualität an Spielern, die wir eigentlich haben. Dürfen wir uns so nicht präsentieren. Ich bin anderer Meinung. Man kann mir erzählen, was weiß ich. Die sind eingespielt. 1-0. Wie kam der Fehler? Flick. Ball durch 2. So, das 2-0. Wie war das? Fehler? Bumm. Freistoß. Drei Mann schauen zu, wie der schießen kann. Das 3-0. Kopfballtor. 1,50 Meter Abstand bei einer Ecke. 4-1. Das brauchst du gar nicht mehr zählen. So, da sind ja Tore gefallen. Die darfst du nicht machen. Diese Fehler darfst du nicht machen. Aber da brauchst du auch nicht eingespielt sein. Das ist einfach nur eine Einweisung. Da ist meine Ecke. Sag ich zu dir. Ja, aber ganz ehrlich, verhindere nachher die drei Tore. Kannst du ja verhindern. Es ist doch nichts nach vorne passiert. Es war doch gar nichts nach vorne. Also, nochmal, es geht mir nicht um eins. Achso, du meinst jetzt um die Fehler. Mir geht es um die Bewegung der gesamten Mannschaft. Da war gar nichts. Das ist ja... Ja, aber die sind doch in der Vorbereitung. Ja. Die waren jetzt in der Vorbereitung. Ich erkläre euch mal. Vorbereitung. Neues Team. Ist okay, kann ich mit akzeptieren. Aber erzählt mir nicht ein von, die müssen sich nur einspielen. Das sind Fußballer, die von klein auf in der Jugend Fußball spielen. So, du lernst langsam die Systeme. Es gibt keine anderen Systeme. Ich habe noch nie andere Systeme. Ich kenne nur diese 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Es sind immer die gleichen Systeme, 3-4-3. Und dann, wenn ein Fußballprofi diese Systeme nicht weiß, sorry, du spielst Fußball. Oder nicht mal diese Fähigkeit hat. Beispiel, auch diese Fähigkeit hat. Nein. Das Problem ist, du hast den Ball besitzt durch einen Konter und das Aufrücken von Mittelfeld und von den Außen war gar nicht bei uns. Wie willst du, was soll der Terrode, der Bülter und der Salazar Beispiel 3 gegen 6 machen? Was sollen die machen? So, hast du jetzt bei Regensburg gesehen, wenn die einen Ball, sagen wir, aus dem Konter haben sie sich den Ball ergriffen, wie die gelaufen sind nach vorne, wie die alle marschiert sind, weil die alle ihre Position halten und dann heißt das, wenn ihr den Ball verliert, zurück Position wieder halten. So, bei uns waren nicht Positionen und lauft mal, ehrlich gesagt, wie ein Hühneraufen. So sah das aus, wie ein Hühneraufen. Und da brauche ich nicht eine eingespielte Mannschaft. Du kriegst was, wenn ich zu dir auf der Arbeit sage, so, du machst heute diese Arbeit, diese Arbeit. Machst du diese Arbeit? Nein, wie gesagt, da bin ich nicht, da bin ich nicht, bin ich irgendwie nicht, zumindest nicht zu 100 Prozent dann. Also ich sage schon, dass es ein Faktor ist. Ich sage absolut, dass es ein Faktor ist. Bei Regensburg siehst du, die haben einen Spieler abgegeben, den man wirklich gebrauchen kann, den Rest haben die in die unteren Ligen abgegeben. Die hatten ein paar gute Neuzugänge, wirklich gute Neuzugänge und das war es auch schon. Das ist im Grunde genommen die Mannschaft von letztes Jahr. Erklär mir doch einer, warum die plötzlich so gut spielen. Es gibt es doch noch, also, du siehst, du siehst bei Regensburg, sie laufen alle in einer Linie. Die Mannschaft funktioniert als Einheit. Die funktioniert wirklich komplett, läuft diese, das ist, Einheit, das hast du gut gesagt. Das ist wie so ein, ich sage mal, wie so ein Fischschwarm, weißt du? Das ist so Schwarmverhalten. Die laufen einfach alle in eine Richtung zu hinten und zurück. Natürlich hat das auch was mit Eingespiel zu tun. Meiner Meinung nach. Absolut. Wenn ich Trainer bin und wir trainieren, das heißt ja nicht, die trainieren nicht. Die trainieren doch in der Vorbereitung, die Spiele, die trainieren, die trainieren, die trainieren, die trainieren, die trainieren. Wie lange wollt ihr noch trainieren? Wollt ihr ein Jahr eingespielt sein? Deswegen sage ich, wir brauchen dieses Jahr zum Lernen. Ist so, in der zweiten Liga, haben wir ja gesehen, 4-1 haben auch die Fretze gekriegt. Und wann sind wir dann nachher? Wenn wir dies, was meinst du jetzt? Was sind wir dann nachher? Eingespielt. Ja, nachher sind wir eingespielt. Aber dann kommt wieder dieser Faktor. Wie viele Spieler haben wir ausgeliehen, die auf einmal wieder weg sind? So, dann musst du schon wieder neue Spieler, dann musst du wieder neue Spieler holen, weil du viele ausgeliehene Spieler hast. und dann musst du die wieder abgeben und dann musst du wieder neue Spieler holen. Stimmt. Dann holst du die Spieler wieder, die du ausgeliehen hast von unseren knappen Spielern. Und dann stehst du wieder da, dann heißt es halt wieder, wir müssen uns wieder einspielen. Das kann ich nicht mehr hören. Das stimmt, das ist echt ein Faktor. Also wenn wir nicht aufsteigen sollten, dann haben wir wieder eine neue Mannschaft. Dann hast du halt keinen Salazar mehr. Salazar nicht? Oh, Jan ist der auch ausgeliehen? Ja, er ist nur ausgeliehen. Ausgeliehen. Ramfte, ist der ausgeliehen? Ich glaube, der hat auch einen Kaufmann. Nee, der wurde gekauft. Ach, der wurde gekauft. Okay. Ich glaube, Kura ist nur ausgeliehen. Beispiel jetzt. Der wird auch erst kommen. Piranga ist ausgeliehen. Wenn haben wir den noch ausgeliehen? Schuli noch ist ausgeliehen. Schuli noch. Boah, da musst du wieder eine neue Mannschaft holen. Das ist, ey. Erklär mir mal. Dann kommt ihr mir nächstes Jahr wieder müssen wir uns wieder einspielen. Ja, ja. Und dann wieder das ist, das muss funktionieren. Das muss einfach die Einheit, das muss ganz anders. Das ist, wirklich, das ist wenigstens, wenigstens das, das ist schon mal, das Ergebnis ist schon mal. Aber ehrlich, ehrlich, den Dortmund habe ich dieses Jahr auch auf dem Zettel ganz oben. Pachakkanal. Meine geht. Ey, ganz schön. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Pachzama, was sagen denen alle im Chat über das Spiel? Ne, das Spiel gibt es doch. Was soll denn da besser laufen? Das wird auch nicht eingehen. Egal wie es läuft, es gibt einen Umbruch zum zwanzigsten Mal in fünf Jahren, sag bitte. Ja, ist ja, Mann. Nächstes Jahr wird auch wieder in Hamburg gehen, da sag ich dir ehrlich, wird auch wieder fünf, sechs neue Leute geholt, die in der Startformation wahrscheinlich spielen dann. Na schauen, das wird alleine dadurch schon mehr, dass wir in der zweiten Liga spielen. In der zweiten Liga hast du das in jedem Jahr, in jedem Team, dass extrem viel Bewegung drin ist. Ich will nur aufpassen, dass wir nicht genau wie Hamburg werden, immer neu, weißt du, einmal sind wir gut, dann wieder runter. Aber wir dürfen nicht auf andere Vereine gucken, Hamburg, wir müssen auf uns gucken. Ich sag jetzt noch einmal, schminkt euch das ab mit dem Aufstieg, lasst dieses Jahr wirklich Leerphase für die sein, dass wir im nächstes Jahr dann wirklich aus den Fehlern lernen, was wir in der zweiten Liga dieses Jahr machen werden und wir werden noch viele Fehler machen, haben wir heute schon wieder den besten Beweis gesagt, 4-1 ist für mich eine fette Packung, ist so, sorry, das ist eine Backpfeife für uns. Und dann im nächstes Jahr, in der zweiten Saison, kann wirklich, und ich weiß nicht, ob dann noch der Gramozis Trainer ist, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Dieses Jahr weiß man auch nicht. Ich weiß ja nicht, weil ich weiß, die Medien werden jetzt den Gramozis auffressen, glaub mir. Ich werde Gramozis nicht auffressen, weil ich will jetzt nicht sofort immer auf den Trainer, Trainer, weil wie oft haben wir das gemacht, wenn es ja vier, fünf Trainer und was hat er gebracht? Ich sage, ey, ganz ehrlich, ehrlich, nichts, nichts, dann ist, Spieler müssen hier Kopf. Also ich kann sagen, ich halte das bei Gramozis wie bei jedem anderen Trainer auch so, ich möchte einfach, dass sie erfolgreich sind. Fertig aus, das ist mir scheißegal und wenn da, keine Ahnung, wenn dann, ich will gerne wissen, was der heute sagt in der Presse. Da bin ich heute wirklich gespannt, ob der mal wirklich sagt, ich bin heute sehr enttäuscht von meiner Mannschaft. Das will ich mal an. Ich bin enttäuscht von meiner Mannschaft, weil er kann heute nicht sagen, ich habe eine gute Halbzeit gesehen. Der kann nicht sagen, ich habe heute zehn Minuten. Nein, das sagt er nicht. Kann er nicht. Das sagt er aber auch nicht. Wenn er das noch reinhaut, dann darf er gar nicht. Er darf sagen, ich bin enttäuscht von meiner Mannschaft, verdient verloren und darauf müssen wir jetzt arbeiten. Die Fehler, die wir zur Zeit machen, da müssen wir drauf aufbauen, aber das gibt erst mal ein Hallo. Das gibt erst in der Kabine ein Hallo. Da wird jetzt kommen, Regensburg ist so stark gewesen, etc. pp. Da hatten wir keine Chance, sie sind so eingespielt. Wir haben ja gerade erst das Team zusammen, etc. pp. Das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht sagen. Sag doch mal einmal, wir haben heute Scheiße gespielt. Wart es ab. Ich bringe jetzt mal, Kese, da rufe ich dir an und sage, du hast recht. Aber ey, das kann nicht wahr sein. Ehrlich. Ne. Also Kritik an der eigenen Mannschaft habe ich bei dem noch nicht so. Ja, aber okay, er hat ja auch einmal erwähnt, er will das nicht öffentlich machen. Ist ja auch sein Recht. Ja. Wenn er das intern macht, ist das okay. Aber ein guter Trainer sagt mal, damit die Mannschaft sieht, weil jetzt habe ich die Chance vor. Ich glaube auch. Die Mannschaft hat heute Scheiße gespielt. Ich bin sehr enttäuscht von meiner Mannschaft. Hätte ich nicht erwartet, sodass die dann auch mal sehen, boah, guck mal, Gramoz ist, boah, der ist jetzt richtig sauer. Der jetzt sagt, er hat ins, weißt du, das ist es. Er muss ja die, wenn er das so macht, dass er die Mannschaft nennt, so, dann ist es ja auch okay. Also wenn die Mannschaft, das nicht komplett in der falsche. Spieler, du darfst nicht einen Spieler erwähnen. Genau. nicht nur, weil heute waren alles schlecht. Ja. Kleine Aufmerksamkeit für die 7000 Abos. Ich weiß, du bringst keinen Alkohol, deswegen ist das nur Wasser. Ey, danke dir. Sehr, sehr geil. Danke dir. Ah, guck mal, er hat nicht schlecht, das ist ja lieb von dir. Sehr, sehr geil. Also wenn du mit das noch krank wirst im nächsten Tag, weiß ich auch nicht. Sehr geil. Ey, jetzt ist er weggelaufen. Ey, nochmal, also, ne, ihr seht, Carsten ist ein absoluter Ehrenmann, besucht ihn doch gerne mal hier im Brauers-Sutum. Ähm, ja, absolut cool. Unterstützt die Kneipe Brauers-Sutum bei Carsten hier in Gelsenskirchen. Genau. Wirklich, brauchen jede Unterstützung die Kneipen. Kommt vorbei, Brauers-Sutum, Gelsenskirchen, in Suttum. Jo. Ich muss gleich jetzt langsam, die Flieger habe ich schon Anruf gekriegt. Ja, du bleibst ja auch, ne? Ja, ich, ich werde dann jetzt auch gleich gehen, aber wir können den Stream dann ja auch jetzt eigentlich beenden. Mach auch, okay. Dann, okay. Wenn du möchtest, du kannst ja auch noch bleiben. Ja, ne, aber, ich würde sagen, das war jetzt ein runder Stream. Das war einfach, das war cool. Nur ein falsches Ergebnis. Ah ja, natürlich, klar. Das war wirklich, hat Spaß gemacht, nur das Ergebnis hat mir absolut nicht gefallen. Wir alle ja, ich glaube mal, alle hat mich gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Mal was ganz anderes. Und nächstes Mal wissen wir Bescheid, das kommt weg. Das hat komplett das Unglück gebracht. als Verbesserungsaufschlag. Stimmt. Da muss ich den Carsten sagen. Okay. Ähm, ja, wann geht es bei dir weiter auf deinem Kanal? Ja, morgen, wenn ihr Lust habt, um 16 Uhr auf meinem Kanal, dann besprechen wir über das Spiel. Aber viel zu besprechen, bin ich 100% sicher. Ab 16 Uhr bei mir auf dem Kanal, live, dann machen wir die Spielanalyse über das Spiel, quasseln wir und vieles mehr. Genau. Ich stelle euch den Kanal nochmal rein. Lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da. Wie gesagt, da waren, bin ja nicht nur ich dran beteiligt an diesem Stream, sondern, wie gesagt, die Einladung, die kam auch von Francesco. Francesco meinte, lass uns doch so mal machen. Und, ich habe gesagt spontan, yo, habe ich Bock drauf. Bock gemacht, auch die Kneipe zu helfen, mal zu sehen, ey, wir sind in der Kneipe helfen. Genau. Da muss man erstmal auch ihm sagen, er kommt von ein bisschen weit weg, hat sich da geopfert. Für die Kneipe auch, finde ich auch, dürfte, ey, vergiss nicht, wir wollen seinen Kanal, 10.000 wollen wir haben, 10.000 bis Ende des Jahres. Und bei dir auch, bitte. Aber bei dir machen wir das. Ich sage, ich sage schon mal, Dankeschön, Glück auf und trink mal alle ein Bier oder Fuss. Ich gehe mir gleich mal, nicht nur ein Bier trinken, also ich werde heute mir den Kopf zusaufen. Danke dir auch nochmal, Paschi. Gerne. War cool. Hat Spaß, diese 15 Minuten zu Fuß. Oh, genau, stimmt. Paschi, unser Abonnent, der wirklich versprochen hat, der kommt auch mal. Vielen, vielen Dank an Paschi, das fand ich klasse. Er wohnt ja hier um die Ecke, aber war geil, dass er da war. Haben wir mal, eigentlich mal auch wieder einen kennengelernt vom Abonnenten. Genau. Super Junge ist das. Ja. Auch Fußballer. Top. Wo spielt sie nochmal für ein? Erli 08. Bei Erli 08, Ah Jung, ne? Ah Jung. Ah Jung, wenn ihr wollt, schaut mal vorbei, bei der Ah Jung, bei Erli 08, könnt ihr den unterstützen. Er will schon. Schon gerade angefühlt, ne? Perfekt. Cassie läuft heute Abend noch was hier auf. du musst sie spielen, ne? Ja, in Bothock spielen. In Bothock. Also heute Abend werde ich wahrscheinlich nicht streamen, wenn, dann bin ich heute auf Cassie nochmal unterwegs und noch ein bisschen zocken, aber das, wie gesagt, wäre dann spontan, das muss ich mir dann noch überlegen. Kann auch sein, dass ich heute Abend noch was anderes mache. Ihr geht lieber eins auf. Ihr geht lieber eins auf. Okay, Leute, danke, dass ihr mit dabei seid, mit dabei seid und wart und ja, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Ciao, ciao. Buona Notte. Ciao, ciao. Boah, ich muss schnell düsen, die warten schon. Aber ich muss noch dein Tee abholen. Boah.